Julia, ich habe jetzt mal eine Frage an dich. Weißt du, woher das Wort Cocktail eigentlich kommt? Also wovon man das ableitet? Warum der Cocktail Cocktail heißt? Weil wenn man sich das so überlegt, dann sind das ja zwei verschiedene Begriffe für ein und dasselbe, für einen und dasselben Gegenstand? Oder für dasselbe, also es meint das Gleiche. Ich weiß nicht, ob man das als Gegenstand sieht. Aber andererseits ist es halt auch, das bedeutet zwar für uns Deutsche dasselbe, aber es bedeutet ja nicht dasselbe. Weil der eine Schwanz ist ja was anderes als der andere Schwanz. Also der Cock ist ja was anderes als der Tail. Oh mein Gott, du hast jetzt auch ein bisschen komisch. Das sind so Wörter, die hören sich aus unseren Mündern falsch an. Das können nur so andere Leute sagen, weißt du. Aber wenn wir das sagen, dann klingt das direkt so, oha, die haben es gesagt. Ja, ne? Irgendwie cringe, dass ich das jetzt gesagt habe. Wollen wir nochmal neu starten? Nein, das bleibt jetzt. Ähm, nee, keine Ahnung. Aber vermutlich nicht. Es hat wahrscheinlich nichts mit dem Schwanz zu tun, oder? Also mit einem von den beiden. Ja doch, schon. Also pass auf, soll ich es dir sagen? Ja. Es klingt einfach so logisch eigentlich. Also es kommt einfach vom Schwanz des Harnes, weil der ja bunt ist, genauso wie Cocktails ja auch bunt sind. Weil das sind ja so viele verschiedene bunte Schwanzfedern drin. Und deswegen ist der Cocktail halt Cocktail, weil er genauso bunt ist wie der Schwanz des Harnes. Das finde ich irgendwie dumm. Glaubst du nicht? Ich weiß nicht. Nee, irgendwie überzeugt mich das nicht. Ja, okay. Mich hat es überzeugt, aber mir wurde dann auch am Ende gesagt, dass derjenige, der mir das erzählt hat, überhaupt keinen Plan hat, ob das stimmt oder nicht, hat er sich auch nur so hergereimt. Oh mein Gott. Aber ich habe es vollkommen geglaubt. Ich dachte so, ja voll, das ist ja total logisch. Boah, Joey, ernsthaft? Das ist doch nicht so logisch. Also ich habe es gerade kurz geglaubt und dann dachte ich aber so, hm, klingt irgendwie absolut schwachsinnig. Ist doch zu weit hergeholt, wa? Es ist halt sehr, sehr, sehr weit hergeholt. Als ob, Joey, als ob irgendjemand, da stand damals vor 530 Jahren, sich gedacht hat, ich mixe jetzt mal drei Säfte und einen Alkohol zusammen und dann auf der anderen Straßenseite einen Hahn gesehen hat und gedacht hat, ach, das passt. Ja, ja. Ja, aber irgendwie dachte ich dann so, ja stimmt. Aber dann dachte ich auch wiederum, hat der Hahn überhaupt so viele bunte Schwanzfedern oder ist das nur so ein, hat man zu selten den Schwanz eines Hahnes gesehen, um da jetzt sagen zu können. Nee, stimmt, der ist gar nicht bunt. Ich glaube, der ist doch nur rot, oder? Ist der rot? Rot und braun. Nee, der ist doch eher so grün. Also so, hm? Ist der nicht auch so grün, so dunkelgrün? Weißt du was, soll ich mal einen Hahn kugeln? Vor allem ich komme so vom Bauernhof. Wie preislich. Ich so der Typ vom Bauernhof. Doch, der ist grün, Julia. Echt? Ah nee, es gibt auch braun, ne? Wieso dachte ich denn, dass der rot ist? Nee, nur vorne der Kopf, die kleinen Haare auf dem Kopf, die sind rot, ne? Hä, Julia, es gibt so viele verschiedene Hühnerarten, dass jeder Hahnenschwanz anders aussieht, sehe ich gerade. Es gibt auch so weiß gepunktete Hahnenschwänze. Ja, dann kann es ja doch wieder sein mit der Cocktailbegründung. Ja, aber bunt sind sie jetzt alle irgendwie nicht. Das ist dann doch eher so die gleiche Farbe immer. Naja, ein Cocktail ist ja auch nicht bunt. Der hat ja auch nur eine Farbe. Na, hä, aber so ein Tequila Sunrise hat schon mehrere Farben. Der sieht doch auch so schön. Ja, wow. Schön bunt aus. Ja, okay. Aber auch nur, wenn du es richtig hinkriegst. Weißt du, wie schwer das ist? Ein Tequila Sunrise? Voll schwierig, so zweiphasige Dinger hinzukriegen. Habe ich noch nie geschafft. Also ich habe tatsächlich noch nie versucht, ein Tequila Sunrise anzumixen, weil ich finde den voll eklig. So Orangensaft und Tequila, boah, nee, gar nicht. Weiß ich gar nicht. Nee, ich habe nur mal früher versucht, als ich so Cocktailparty machen wollte, also aka zwei Säfte zusammen mischen. Damals mit zwölf. Wusstest du übrigens, dass ein Cocktail erst ab drei Substanzen, also ab drei Dingen. Ja, ab drei Flüssigkeiten, unterschiedlichen Flüssigkeiten. Nee, nicht mal Flüssigkeiten. Es kann auch Tequila, Orangensaft und Limette sein zum Beispiel, weißt du? Und dann darf man ihn erst Cocktail nennen? Dann ist es ein Cocktail. Wenn es nur zwei Sachen sind, dann ist es ein Long Drink. Das wusste ich nicht. Ein Long Drink? Mhm. Oha. Ja, aber im Osten hat man das immer eine Mische genannt. Ja, es ist auch, also ich würde es auch jetzt nicht unbedingt Long Drink nennen, aber die offizielle Bezeichnung, zum Beispiel von, was hat denn nur zwei, Whisky Cola oder so. Das ist kein Cocktail, das ist ein Long Drink. Ja, aber stimmt. Ich würde jetzt auch nicht zu einer Whisky Cola Cocktail sagen. Aber Whisky Cola ist auch so ein richtig ekelhaftes Getränk, oder? Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich das jemals getrunken habe, ehrlich gesagt. Bah, nee, finde ich ganz furchtbar. Aber was ist denn jetzt so dein Lieblingscocktail? Haben wir da schon mal drüber geredet? Nee, aber was ich im Moment voll gerne trinke, ist ein Aperol Sour. Hast du das schon mal getrunken? Oh, das klingt nach einem Getränk, was auch für mich gut geeignet wäre. Der ist wirklich richtig lecker, also Aperol Spritz ist gar nicht, das wäre, warte mal, was ist denn Aperol Spritz dann? Ein Cocktail? Aperol Spritz ist mit, äh, nee. Aber hat ja keinen harten Alkohol, oder ist Aperol harte Alkohol? Keine Ahnung. Nee, das ist nur Prosecco und Aperol und ist da noch was drin? Nein. Doch Wasser? Prosecco, Aperol und Sprudelwasser. Und Sprudelwasser, ja genau. Sind drei Komponenten. Dann wäre es ein Cocktail, aber ich würde es jetzt nicht als Cocktail einstufen. Ich auch nicht. Wenn es in so einem Weinglas serviert wird, das ist dann für mich kein Cocktail. Nee. Was ist Aperol eigentlich? Likör? Was ist das? Boah, also ich bin jetzt hier auch nicht so der Alkoholkenner. Keine Ahnung, was das ist. Es schmeckt aber bitter. So irgendwie gerade mega miet, dass wir darüber sprechen. Leute, don't drink and drive. Oder drink, nee, was wollte ich eigentlich sagen? Nicht drink and drive. Drink responsibly. Ja, genau. Don't drink and drive. Aber das auch, Leute. Ja. Das auch nicht, das stimmt. Aber was ist jetzt Aperol Sour? Aperol. Warte mal, was war denn das nochmal? Du so, ich finde das total geil. Ich weiß aber nicht, was das ist. Ich glaube, ja, ich sage wahrscheinlich irgendwas Falsches, aber ich glaube, das ist Aperol mit Zitronen- oder Limettensaft und noch irgendein anderer Saft. Es hat auf jeden Fall so eine schöne peachige Farbe. Das gefällt mir. Und es ist wahrscheinlich so richtig doll sauer, ne? Nee. Es ist so ein bisschen sauer, aber nicht so zu sauer. Also es ist geil sauer. Also ich finde was, was so richtig sauer ist, ja auch geil. Also ich mag es ja immer sehr sauer. Generell im, also jetzt nicht nur für Flüssigkeit, sondern auch für Lebensmittel. Ich finde auch so saures, finde ich immer richtig geil. Echt? Was ist denn sauer? Also. Na, eine Limette ist auch sauer. Ach so. Ja. Also du kannst ja was so richtig einsäuern mit einer Limette. Ich habe gerade irgendwie so über normale Gerichte nachgedacht. Da gibt es doch gar nichts saures. Sauerkraut? Aber nee, das ist jetzt für mich auch nicht so sauer. Oh, magst du Sauerkraut? Nein, aber zum Beispiel so saure Gummibärchen. Finde ich geiler als so normale Gummibärchen. Oh ja, safe. Sau ist immer geiler. Weißt du, was auch richtig geil ist? Diese sauren Würmer. Oh. Die, die mit diesem, mit diesem, die so, diesen Zucker quasi so drumherum haben. Die so zweifarbig sind. Ja, aber sind die, haben die dann so Zucker um sich rum? Der macht es ja so sauer dann, ne? Also dieses Kristallzeug, was drumherum ist, das du dann auch an den Fingern kleben hast. Ja, das nervt mich. Das finde ich dann doof. Wären die sauer und so glatt, ohne dieses Zuckergedöns da so drumherum, fände ich die geiler. Weil das nervt mich immer irgendwie. Aber das gibt es doch gar nicht, oder? Ja, weil ich glaube, das ist auch kein Zucker, sondern das ist Zitronensäure-Kristalle, die da drumherum sind. Vermutlich. Haben wir nicht mal in irgendeinem Video Zitronensäure? Doch. Du musstest mal ein Stück Pizza mit Zitronensäure essen. Kann das sein? Boah. Also da ist auch wirklich schon, hat man schon mal höheres Niveau in einem Video, oder? Als da. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Oh Mann. Keine Ahnung. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich meine mich daran zu erinnern, dass ich sehr, sehr froh war, dass ich dieses Pizzastück nicht bekommen habe. Ich kann mich aber auch noch dran erinnern, dass ich 2018 auch mal ein Video gedreht habe, ein ganzes Video darum, dass wir Lebensmittel komplett mit Zitronensäure so behandeln. Und das dann essen und gucken, was am schlimmsten ist. Also wir haben Käse mit Zitronensäure gegessen. Boah Joey, dass du nicht deinen kompletten Magen verätzt hast, ist auch einfach nicht möglich eigentlich. Aber ich muss auch sagen, auch wenn ich mir bei manchen Videoideen inzwischen so denke, Mensch, was hast du denn da für eine Scheiße gemacht? Dieses Video habe ich immer noch sehr positiv in Erinnerung. Ich glaube, das war wirklich sehr, sehr witzig. Ehrlich jetzt? Ja, das war doch sehr lustig. Also ganz ehrlich, jetzt wo du mir das davon erzählt hast, ich bin so froh, dass ich das nicht mit dir drehen musste, wirklich. Ganz ehrlich, das klingt immer noch besser als irgendein Video, wo du irgendwie so Fake-Pisse ausprobiert hast. Hä? Das war lustig, okay. Haben wir das im Podcast besprochen mit der Fake-Pisse? Nein, ich habe dir das so erzählt. Ah, okay. Ja, dann kannst du ja direkt mal auspacken, ne? Hä, warum? Weil mein Hund gerade jault, dass er raus will. Ich muss jetzt mal kurz die Tür aufmachen. Oh, ist nicht dein Ernst. Weißt du, keine zehn Minuten sind wir hier dabei. Hallo. Kommen Sie mal schnell zurück. Ja, ja, du hättest ruhig weiterreden können. Ja, ich habe aber vergessen, was ich sagen wollte. Deswegen habe ich versucht, es zu überspielen. Ich muss aber gestehen, ich habe eine Begründung dafür, dass ich das jetzt machen musste. Die werde ich dir gleich noch erzählen und dann wirst du verstehen, dass ich jetzt mal ganz kurz zur Tür gehen musste, Julia. Ja, es ist mir nämlich schon wieder eine echt krasse Scheiße passiert. Aber dazu kommen wir später. Was wolltest du jetzt mit der Fake-Pisse so erzählen? Ich wollte gar nichts erzählen. Nee, willst du das nicht? Achso, ist das verboten? Hä, das ist doch eh im Video schon passiert, Joey. Was soll ich denn jetzt erzählen? Ja, okay. Also Julia hat in dem Video Fake-Pisse ausprobiert und hat nicht mal gewusst, was das ist und wofür man das benutzt. Und dann ist am Ende rausgekommen. Doch, ich wusste, dass das Fake-Pisse ist. Ich habe mir aber halt keine... Du wusstest aber nicht, wofür man sie verwendet. Joey, ich... Also, dieses Video, das war halt so ein dämlicher Amazon-Produkte-Video, ne? Und ich habe einfach die dümmste Scheiße bestellt, die ich bei Amazon gefunden habe. Und dann habe ich gesehen, dass es Fake-Pisse gibt bei Amazon. Und du so... Und dachte so, hä? Hä? Was zur Hölle soll das denn? Und ich habe mir aber nicht größtartig weitere Gedanken darüber. Ich dachte so, ja, okay, vielleicht können wir daran riechen oder die probieren oder keine Ahnung was. Meinst du, es riecht dann auch nach Pisse oder was? Ja, weiß ich ja nicht. Wollte ich halt ausprobieren. Und ich habe das mit Kim zusammen gemacht. Und das Erste, was Kim gemacht hat, als ich das ausgepackt habe und so richtig excited darüber war, dass ich Fake-Pisse gefunden habe. Wo ich mir auch schon denke so, hä? Wow. Aber die hat mich halt so entgeistert angeguckt, weil sie meinte so, Julia, du weißt schon, wofür das benutzt wird, ne? Und ich so, hä? Das ist synthetische Pipi. Da steht, dass das im Medizinstudium verwendet wird und so. Also das ist der eigentliche Grund, warum das hergestellt wird. Damit du halt irgendwie damit so Experimente machen kannst und so. Hä, aber ist es dann jetzt wirklich Harnstoff? Also es ist synthetischer Harnstoff quasi? Das ist einfach nur, dieses Zeug hat einfach die gleichen Stoffe drin, die echte Pipi haben würde. Ah, okay. Also es ist gar nicht so eine Attrappe aus Plastik gefühlt. Doch, es ist synthetisch hergestellte Pipi. Aber es ist echt, also ja, es ist nicht echte Pipi. Nein, es ist keine echte Pipi. Niemand hat in einen Becher gepinkelt und das in diese Dinge abgefüllt und dann über Amazon verschickt. Ja, aber es funktioniert wie Pipi. Wie echte Pipi. Ja, genau. Es funktioniert wie Pipi und anscheinend ist aber der gesellschaftliche Nutzen für diese Dinger, für wenn du zum Beispiel von der Polizei angehalten wirst und einen Drogentest machen musst, da gibt es dann halt Leute, die mit Drogenintos Auto fahren oder generell irgendwie Drogenintos haben und wenn die dann einen Pipi-Test machen müssen, dann ziehen die dieses kleine Fläschchen aus der Tasche und machen das heimlich da rein. Das könnte ich vor allem gar nicht. Also an dieser Stelle erstmal, Leute, auf gar keinen Fall, wenn ihr Drogen konsumiert habt, Auto fahren. Ich habe auch gerade, während ich das erzählt habe, so gedacht, ist das eigentlich dumm, das gerade zu erzählen, weil das ja irgendwie Werbung ist für ein Produkt. Nein. Weißt, also. Wir sagen doch nur, wofür es die meisten Leute benutzen. Wir sagen ja nicht, dass das gut so ist. Also offensichtlich. Ja, ist es auch nicht. Ich war hardcore schockiert darüber, was ich da bestellt habe und dann haben wir wirklich mal in die Amazon-Rezensionen geguckt und alles war voll mit irgendwelchen Drogenleuten, die irgendwelche Empfehlungen gegeben haben, für, wenn man welche Drogen konsumiert hat, man das benutzen kann. Weil teilweise ist das Zeug wohl THC-positiv, aber bei anderen Drogen funktioniert es hervorragend. Das ist schon crazy, ey. Komplett irre. Also selbst, guck mal, also ich würde das niemals machen, aber selbst wenn ich jetzt wirklich unter Drogenkonsum Auto fahren würde und das dann hätte, um, falls ich von der Polizei angehalten werden würde, das schnell in dieses Glas, wo ich reinpinkeln soll, zu füllen. Ich würde das safe nicht schaffen, sodass die mir das, also, sodass die nicht da irgendwie drauf kommen, dass ich hier irgendwas, also, das, ich kann mich gerade nicht ausdrücken, Julia. Ja, aber du kannst halt auch nicht lügen, Joey. Du bist halt auch einfach zu blöd. Ich wäre da, also safe würde mir diese Pipi da runterfallen, dann würden die sagen, was ist das denn hier, warum riecht es denn hier so nach Pisse auf einmal? Wäre ganz unangenehm. Das riecht aber überhaupt nicht nach Pipi. Ach so, es riecht, ich denke, es ist wie Pipi. Ja, von den Stoffen her, die da drin sind, aber es riecht nicht nach irgendwas. Aber ist nicht der Harnstoff dafür verantwortlich, dass es nach Pisse riecht? Ich habe keinen Schimmer. Ich weiß nur, dass diese synthetische Pipi nicht nach Pipi gerochen hat. Mehr kann ich dir auch nicht sagen. Falls jemand von euch weiß, warum Pipi nach Pipi riecht, dann schreibt uns doch gerne eine DM. Das wäre so nett. Ich weiß nicht, wie wir jetzt auf dieses Thema gekommen sind. Ja, ich weiß auch gar nicht, worüber wir am Anfang geredet haben. Was war denn das? Ich erinnere mich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe sowieso ein Gehirn wie ein Hamster diese Woche. Von daher könnt ihr auch von mir jetzt heute in dieser Folge wieder nicht so viel erwarten, muss ich ehrlich gestehen. Ich muss auch sagen, ich habe Kopfschmerzen und ich bin richtig geredet. Ich bin jetzt gerade vier Stunden Auto gefahren und bin dann sofort hier hoch. Ja, also es war ein bisschen weit weg, dieses Gartencenter, wo ich war, um Pflanzen zu kaufen. Es ist nicht dein Ernst. Ja. Joey war vorhin in einem Gartencenter. Ja. Ich dachte irgendwie, wo war der? In der Nähe von Bielefeld, an der Grenze zu Niedersachsen. Junge, du bist auch der einzige Mensch, den ich jemals auf dieser Welt getroffen habe, der so weit für eine Pflanze, hast du wenigstens eine Pflanze gekauft? Ich habe vier Pflanzen gekauft und ich habe 140 Euro dagelassen, von daher… Das ist ja noch schlimmer. Na, aber wenigstens hat es sich gelohnt, hinzufahren. Ja, super. Nee, aber das ist so ein krasser Laden. Da gibt es so richtig seltene Pflanzen, die du halt normalerweise nicht kriegst. Und das war das Erlebnis meiner Woche, Julia, das kann ich dir aber sagen. Das war so krass. Ich werde dann auf einmal auch wie so ein kleines Kind. Und dann fange ich auch an, so richtig zu gackern vor so Nervosität und Aufregung und so. Und dann, also ich war da mit einem sehr, sehr guten Freund von mir, der halt auch so Pflanzen-Pflanzen-Fanat ist wie ich. Und wir wirklich, wir waren bestimmt wie so zwei kleine Teenager-Mädels, die die ganze Zeit so am rumkackern waren. Oh mein Gott, hast du sie schon gesehen? Und sie, oh mein Gott, warst du schon da drüben? Oh mein Gott, guck mal, dieses Blatt, das hat eine rosa Färbung. Wow. Nee, aber wir schmeißen dann auf einmal dann auch so mit lateinischen Begriffen um uns. Hast du schon die Antyrium-Regale da drüben gesehen? Ach du Kacke. Oh mein Gott. Ja, sehr nördig, also das ist, da würdest du mich auf jeden Fall nochmal von der anderen Seite kennenlernen, Julia. So kennst du mich noch nicht. Okay, also ich weiß nicht, ob ich jemals mit dir in einen Pflanzenladen gehen sollte. Ja, das bleibt mein Geheimnis für dich. Oh, das ist jetzt deep. Ja, manche Sachen müssen auch geheim zwischen uns bleiben. Meinst du? Auf jeden Fall bin ich jetzt sehr gerädert und ich bin auch sehr gespannt, was das für eine Folge wird. Okay. Joey, mir ist auch scheiße passiert. Boah, weißt du, was mir schon wieder für eine Scheiße passiert ist? Ja, hau raus. Was ist dir für eine Scheiße passiert, Julia? Ich hab mein Portemonnaie verloren. Ach, nein. Ja. Wie das denn? Und vor allen Dingen, ich weiß ganz genau, wie und wo es passiert ist. Das ist das Allerschlimmste. Oh nein, wann ist das denn passiert? Es ist letzte Woche Donnerstag im Studio bei den Proben passiert. Wir sind ja Donnerstags immer schon bei den Proben im Let's Dance Studio. Und ich hab so einen Rucksack von Let's Dance bekommen, der hinten so ein Safety-Fach hat. Wo ich mir auch denke, ja, fickt euer Safety. Weil dieses Fach ist so unten links in der Ecke und ich lass manchmal halt aus Versehen den Reißverschluss auf. Und das ist nicht innen, sondern das ist außen, dieses Safety-Fach, ja? Genau, das ist außen, dieses scheiß Safety-Fach. Aber da gehört doch kein Safety-Fach hin. Ein Safety-Fach ist immer für innen im Rucksack drin. Nochmal eine kleine Tasche. Ja, würde ich normalerweise auch sagen. Aber gut, andererseits halt auch meine eigene Schuld, dass ich dieses Safety-Fach halt dann auch benutze. Und es ist halt rausgefallen. Und ja, jetzt liegt es halt irgendwo im Studio. Ich habe jede einzelne Person, die in diesen Studios arbeitet, darum gebeten, nachzuschauen, ob sie dieses Portemonnaie irgendwo finden. Niemand hat es gefunden. Jetzt musste ich alle meine Karten sparen, bla bla bla. Darauf wollte ich aber eigentlich gar nicht hinaus. Sondern, Joey, ich hatte in diesem Portemonnaie, und ich habe nie Bargeld. Ich habe wirklich nie, nie, nie Bargeld. Aber ich hatte in diesem Portemonnaie 200 Euro in Bar. Oh nein. Und es ist so krass, mir ist aufgefallen, dass es so viel schlimmer ist, 100 Euro, also irgendwie Geld zu verlieren, als etwas ausgeben zu müssen für etwas, was man verloren hat. Weißt du, weil ich musste ja meine ganzen Karten sperren. Ich musste mir ein neues Portemonnaie kaufen. Und ich hatte halt auch so ein bisschen unnötig überteuertes Portemonnaie. Und so, das war mir alles mehr oder weniger egal, ne? Aber diese 200 Euro, die da drin waren, das hat so wehgetan. Ja, kann ich mir vorstellen. Weil das ist dann irgendwie so ein, ja okay, Portemonnaie ist jetzt weg, alle Karten sind weg, ich muss das Geld jetzt ausgeben. So, das ist jetzt so, das ist jetzt quasi von oben bestimmt. Aber du weißt ganz genau, so diese 200 Euro, die wolltest du eigentlich für etwas ausgeben, und jetzt kannst du es nicht mehr. Und jetzt ist ihr Zweck nicht mehr erfüllbar quasi. Das ist schon, ja, verstehe ich. Das ist so schmerzhaft einfach. Und das Schlimmste war, ich war dann beim Amt, also beim, wie nennt man das, Bürgeramt? Einwohnermeldeamt? Da, wo man seinen Ausweis beantragt? Ja, das Ding da halt. Das Ding da halt, das Bewohner, ich glaube das heißt Bürgeramt, ist auch scheiße. Ja, ja. Erstmal musste ich dafür eine halbe Stunde meines Tanztrainings opfern. Ach du Scheiße, was fällt denen ein? Joey, ja, die hatten einfach keinen anderen Termin frei. Du so, Leute, habt ihr eigentlich verstanden, dass ich im Halbfinale stehe bei Let's Dance? Ihr könnt mir doch jetzt nicht einfach so diesen Termin geben, wisst ihr, wer ich bin? Excuse me. Und ja, ich bin überhaupt nicht selber schuld, dass ich mein Portemonnaie verloren habe. Ihr seid schuld. So nämlich. Nee, und dann musste ich da hin, musste erstmal eine halbe Stunde von meinem Training opfern. Dann habe ich keinen Parkplatz gefunden. Ach du Scheiße. Ja, bin ich da, ey, ich, vor allen Dingen, da stand halt auf der Webseite, wenn man irgendwie fünf oder zehn Minuten zu spät kommt, dann verfällt der Termin. Deswegen bin ich da reingerast wie so eine Geisteskranke. Und habe meine letzten 50 Euro, weil Führerschein, ach nee, Personalausweis beantragen kostet ja auch wieder Geld, wenn man das verloren hat. Boah, ist das ätzend. Aber auch doch Führerschein, oder? Ja, Führerschein musst du woanders machen. Aber selbst die Verlustanzeige kostet zehn Euro. Nein, echt? Nur dafür, dass ich denen sage, ich habe meinen Ausweis verloren, muss ich zehn Euro bezahlen. Wofür das denn? Damit die das irgendwie bearbeiten können, dass die im System so einen Haken machen, von wegen müssen wir jetzt neu beantragen, oder was? Nee, ohne die Beantragung. Ja, ja, aber hä, das ist ja frech. Ja, keine Ahnung, es kostet auf jeden Fall zehn Euro. Und ich war halt da, um diese Verlustanzeige zu machen und um mir einen neuen Ausweis zu bestellen. Mhm. Und das konnte ich dann aber einfach nicht machen, weil mein Passbild, was ich dabei hatte, sieben Monate alt. Und es darf nur sechs Monate alt sein. Hä? Was für eine dumme Kacke. Wieso darf das denn nur sechs Monate alt sein, wenn es dann zehn Jahre lang das Gleiche bleibt? Das ist ja so sinnlos. Keine Ahnung. Ey. Ich meine, so grundsätzlich verstehe ich ja, dass man ein Passbild nehmen soll, was halt nicht zu alt sein darf, ne? Also du kannst jetzt kein Passbild nehmen, wo ich 15 war oder so, ne? Das ist schon logisch, weil es dann halt zehn Jahre da drin ist. Aber, sorry, dieser eine Kackmonat. Ja, Julia, also ich glaube, diese Bearbeiterin oder der Bearbeiter konnte dich auf jeden Fall nicht so gut leiden, weil ich glaube, die können da auch mal ein Auge zudrücken und so sagen, ja, komm, sieben Monate. Das Problem war halt, das Problem war halt so grundsätzlich, woher soll sie wissen, wie alt mein Passfoto ist? Ich sehe ja gar genauso aus wie jetzt, weißt du? Ja. Aber ich habe halt meinen Reisepass dabei gehabt, weil ich ja keinen Ausweis habe und mich ja ausweisen muss. Ja. Und in dem Pass ist halt das gleiche Foto drin und der wurde mir vor sieben Monaten ausgestellt. Ah, okay. Ja, deswegen, das hat sie halt gesehen und war so, es tut mir wirklich total leid, aber ich kann das wirklich nicht machen. Julia, ganz ehrlich, das war eine blöde Bitch. Mensch, die war neidisch auf dich, dass du bei Let's Dance so weit gekommen bist. Safe. Safe ist das so eine übelste Let's Dance-Ultra-Tante und denkt sich so, ne, also du kannst schön nochmal wiederkommen, dir gönne ich das nicht. Ey, ganz ehrlich. Dir fällt eh schon genug zu, nö, dann kriegst du jetzt hier nicht einfach so den Ausweis. Die war neidisch, das sage ich dir. Ja, ganz ehrlich, so vom Typ her, wie sie aussah und wie sie gesprochen hat, hätte das sogar wirklich sein können. Aber sie hat mit mir jetzt eigentlich nicht so gesprochen, als würde sie wissen, wer ich bin. Also, das, keine Ahnung. Sie ist einfach nur eine sehr, eine Frau, die ihren Job sehr ernst nimmt. Boah, ich hasse das, wenn so wirklich so Leute, die genau so einen Job haben, so, 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 wie nennt man das? Egal. Du hasst das, wenn Leute, die einen Job haben, dass die den ernst nehmen? Ja, wenn du den, wenn die den ein bisschen zu ernst nehmen und dann wirklich so davon ausgehen, sie sind hier die krasseste Person überhaupt. Und egal, wer da vor mir sitzt, diese Person hat erstmal gar nichts zu melden. Ich bestimme hier, wo es lang geht. Boah, da könnte ich ja in die Fresse hauen, ne? So null Mitgefühl. Ja, aber die hat das eigentlich auf so eine richtig sympathisch, also wirklich nette Art und Weise gemacht. Also, es war gar nicht so, dass sie dann sauer auf sie war. Bestimmt so überfreundlich. Nee, also wirklich, es tut mir so von Herzen leid. Aber das können wir jetzt wirklich leider nicht machen. Ich würde es doch so gerne wirklich. Aber ich kann es einfach nicht. Nee, also Jürgen, da bist du aber ein bisschen zu gutgläubig. Ungefähr genau so war es. Ja, ne? Ja. So nur, weil sie von Herzen sagt, heißt das nicht, dass sie von Herzen meint. Ja. Das stimmt wahrscheinlich. Ich habe sie aber geglaubt, weil ich sie glauben wollte, okay? Ja. Ist ja auch gut so. Ich meine, du musst dir, also, ganz ehrlich, wenn man sich dann da so reinsteigert und sich dann auch noch drüber aufregt, was das für eine blöde Alte war, dann ist das im Endeffekt ja auch sinnlos. Weil Fakt ist, du kriegst jetzt diesen scheiß Ausweis nicht und musst erstmal neue Passbilder machen. Und ob du dich jetzt drüber aufregst oder nicht, scheißegal. Es regt mich aber so auf, Joey. Diese Bilder, weißt du, wie lange ich dafür gebraucht habe, bis ich das perfekte Bild geschossen habe? Junge. Aber hast du das selbst gemacht, das Bild? Ja, das war das, wo ich damals, wir hatten doch damals sogar auch im Podcast darüber geredet, dass mein altes Bild, dass ich da aussah wie so ein kleines Alien und jetzt endlich ein schönes neues Bild habe. Stimmt, stimmt, ich erinnere mich. Ja, und jetzt dachte ich so, cool, dann kommt das Bild auch auf meinen Ausweis, wuhu. Ja, nee. Ja, ich wollte das nämlich erst noch sagen zu dir, als du sagtest, mein Portemonnaie ist weg. Das einzige Positive daran ist, dass du jetzt wenigstens geile, freshe Bilder auf deinen Ausweis und deinen Führerschein machen kannst. Weil der Führerschein wird ja auch irgendwie nie geändert, der läuft ja nie ab. Du hast für dein Leben lang, wenn du den nie verlierst, hast du immer deine hässliche 18-jährige Fresse auf diesem scheiß Führerschein drauf. Oh mein Gott, stimmt. Ich habe auf meinem Führerschein auch dieses Alien-Bild drauf. Siehst du? Geil. Und der läuft nicht ab, glaube ich. Ich glaube, den hast du einfach für immer, wenn du den nie verlierst und neu beantragen musst. Ach Quatsch, der läuft doch irgendwann ab. Aber halt erst so nach 20 Jahren oder so. Nee, weil meine Mutter hatte sogar bis vor kurzem noch einen DDR-Führerschein, Julia. Das war noch so aus Papier. Ja. Das klingt irgendwie nicht so, als hätte sie damit noch fahren dürfen. Doch, damit konnte man noch fahren, weil der halt einfach, der läuft einfach nicht ab. Das haben die irgendwie nie geändert, glaube ich. Außer ich labere gerade absolute Schweinescheiße. Ja, das kann gut sein, weil ich glaube, das ist so, dass auch beim Ausweis gibt es ja jetzt irgendwie so einen, es gibt so einen neuen Ausweis, wo halt so ein elektronischer Chip noch drin ist oder so. Irgend so eine Kacke. Ja, aber nicht beim Führerschein. Ja, ja, aber beim Ausweis ist es auch so, dass jetzt bis zum, keine Ahnung, was für einen Zeitpunkt alle ihren Ausweis neu beantragen müssen, damit sie alle diesen Ausweis haben, weißt du? Und ich glaube, beim Führerschein war das auch so. Kann sein. Dass man dieses Papierding nicht mehr haben darf, sondern jetzt halt wirklich einen richtigen machen muss. Ja, inzwischen hat es ja auch einen richtigen, aber ich glaube, wenn du einmal so dieses Kärtchen hast, was man jetzt, also was halt quasi jetzt üblich ist und im Umgang ist, dann ist es egal, ob du es seit 20 Jahren hast oder seit 10. Ich glaube, du musst es dann nicht nach einer bestimmten Jahresanzahl wechseln. Also falls das so sein sollte, dann habe ich ja jetzt sogar Glück, dass ich mein Portemonnaie inklusive 200 Euro verloren habe. Genau das meinte ich nämlich. Jetzt kannst du immerhin einen schönen Führerschein haben, weil so ziemlich jeder Mensch einen hässlichen hat, weil da einfach seine 18-jährige Fratze drauf ist. Ja, aber dafür muss ich mich da jetzt erstmal wieder eine Stunde hinsetzen und ein neues Passfoto machen. Da hab ich ja gar keinen Bock drauf. Ja, aber du willst nicht sehen, wie schlimm ich auf meinem Führerschein aussehe, Julia. Ich sehe aus wie ein absolutes Drogenopfer. Oh, Joey, bitte, wir wollen das alle sehen. Wir wollen das alle sehen. Ich habe so viele Pickel in meinem Gesicht, ich habe die übelsten Augenringe, so eine richtig lottrige Frisur. Ich sehe so richtig fertig und mitgenommen aus. Das ist ganz schrecklich. Joey, das ist menschlich. Das ist menschlich. Ja, und es ist auch typisch für 18 Jahre, aber ganz ehrlich, das geht doch nicht. Das nervt mich, dass das auf meinem Führerschein drauf ist, aber andererseits muss ich meinen Führerschein auch noch nie zeigen. Ja, ich packe es in die Story, ist okay. Geil, danke. Da hab ich eigentlich nicht so Lust drauf. Aber ey, ich muss auch in zwei Monaten, glaube ich, meinen Führer, nee, meinen Personalausweis mal beantragen, einfach weil mein Alter abgelaufen ist. Und ich freue mich richtig doll drauf, dass ich dann in meinem Perso mit Schnauzer drin bin. Das finde ich richtig cool. Ach du Scheiße. Ja, mit Schnauzer und mit Nasenring, weil Joey hat endlich wieder ein Piercing-Update bekommen. Ja, warten wir mal ab, wie lange er diesmal drin bleibt. Vielleicht ist er nächste Woche schon wieder raus, ne? Wie oft hattest du jetzt schon einen? Ist es jetzt das dritte Mal? Das ist das dritte Mal, dass ich einen Ring in meiner Nase habe. Es ist absurd. Aber das erste Mal hat es ja wenigstens so einen Monat gehalten. Das zweite Mal hat es, glaube ich, nur so zehn Tage gehalten. Und jetzt machen wir den dritten Versuch. Aber immerhin ist es in einem neuen Loch. Aber ich garantiere für nix. Kann sein, dass es nächste Woche wieder raus ist. Ey, ich habe aber auch das Gefühl, dass Piercings niemals so richtig abheilen. Ich habe letztens noch vor dem Spiegel gestanden und gedacht, boah, geil, Alter. Sowohl mein Helix als auch mein... Conch. Keine Ahnung, wie das heißt. Conch, glaube ich. Dieses Ding, was so durchs Ohr gestochen wird. So die Mitte des Ohres. Beide? Bitte? Die Mitte des Ohres. Da geht das ja so durch, ne? Achso. Ja, genau. Durch die Hörmuschel. Ja, genau. Das geht so durch die... Wirklich komplett durch die Hörmuschel. Das knackt auch so richtig, wenn man das sticht. Weil das so fest ist da. Das soll auch das schmerzhafteste Piercing sein, was man sich stechen lässt. Nee, das schmerzhafteste... Nee, neben Nippeln. Nee, das schmerzhafteste Piercing am Ohr zumindest soll dieser... Ich weiß nicht. Rook heißt der. Den hatte ich auch mal. Der war definitiv das schmerzhafteste. Okay, krass. Nee, ich habe letztens meine Piercerin gefragt, weil ich mich ablenken lassen wollte, als sie mir meinen Nasen-Piercing hat stechen lassen. Gestochen hat. So rum. Ja. Und da meinte ich so, damit ich nicht so aufgeregt bin, ja, erzähl mal, was ist denn eigentlich so das schmerzhafteste Piercing? Da meinte sie so, definitiv Nippel. Wo ich mir denken würde, also, da könnte nichts durch, durch meine Nippel. Nee. Das kann ich mir nicht vorstellen, wie da jemand mit einer Nadel durch kann. Ich mir auch nicht. Ich habe das letztens noch bei TikTok gesehen, dass sich eine das hat stechen lassen. Also, gesehen, nicht gesehen, aber you know. Und da dachte ich, ey, bei mir hat sich alles zusammengezogen, als ich alleine ihr Gesicht gesehen habe, während das passiert ist. Das ist nie im Leben. Vor allem generell, hattest du schon mal wunde Nippel? Weißt du, wie doll das wehtut? Ja. Ja? Ich weiß, dass es doll wehtut. Willst du eine Geschichte dazu erzählen? Nein. Hey, du? Ich weiß nicht, warum du wunde Nippel hattest, Julia. Hä? Ja, keine Ahnung, weil ich irgendwann mal ein T-Shirt anhatte. Ja, stimmt, BHs und sowas. Und? Nee. Durch BHs, durch so unbequeme BHs, kriegt man wahrscheinlich auch wunde Nippel, ne? Nee. BHs sind eigentlich die größte Hilfe dafür, dass es nicht passiert. Okay. Aber ich hatte halt irgendwann, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob ich da jünger war oder so, aber ich hatte auf jeden Fall mal ein Oberteil an, wo ich anscheinend keinen BH drin hatte. Und dann, ja. Dann ist es richtig schön aufgescheuert, bis es geblutet hat. Oh, das ist einfach, oh, nee, zum Bluten ist es noch nie gekommen, aber es tut halt einfach scheiße weh und dann ist auch alles so super empfindlich. Oh, es ist so schlimm, es ist so schlimm. Ich hatte das mal, als ich in Australien zum ersten Mal gesurft bin und ich habe da keinen Neoprenanzug angehabt, weil wir waren Privatsurfen. Das war so ein Sohn von meiner Gastmutter, wo ich war und der hat gesagt, komm, wir gehen mal zusammen surfen. Und der hat halt wirklich noch ein zweites Surfbrett gehabt, aber ansonsten jetzt nicht so einen krassen Anzug oder sowas. und dann lag, du liegst ja quasi mit dem Bauch auf diesem Surfbrett und paddelst so, bis die Welle kommt. Und ich habe sehr viel gepaddelt an dem Tag und meine Nippel waren am Ende des Tages wirklich so wundgescheuert, dass die geblutet haben. Und das hat noch Wochen wehgetan, das war so schlimm. Deswegen so wunde Nippel sind, aber das ist nicht zu Spaß in Dauer. Ja, das glaube ich. Aber ist es nicht auch bei Männern voll oft so, dass die sich irgendwie so Pflaster oder so auf die Nippel machen beim Sport, damit das nicht funktioniert? Hast du das schon mal gemacht? Na, ich trage ja immer, also ich trage ja nie BH, ich trage ja immer T-Shirts und ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, T-Shirts zu tragen, was hier so kratzig ist, dass es meine Nippel wundscheuert. Also ich habe noch nie was auf meine Nippel geklebt. Aber ja, safe gibt es das. Aber du hast doch immer mal so ein paar Nippelsticker. Ich habe doch sogar mal einen auf deinem Laptop kleben sehen. Ja, das stimmt. Ich hatte wirklich mal, ich glaube, wochenlang Nippelsticker auf meinem Laptop kleben, weil ich nicht wusste, wohin damit. Was auch total okay ist, also. Ja, es sah ein bisschen befremdlich aus, wenn ich da mit im Zug saß und da so ein fetter Nippelsticker einfach auf der Rücke meines Laptops saß, lag. Keine Ahnung, Mann, siehst du? Was ist denn jetzt los? Egal. Aber finde ich cool, dass du wenigstens dann zu deinen Nippelstickern stehst. Ja. Sehr gut. Julia, weißt du, was mir eigentlich schon wieder für eine Scheiße passiert ist? Wenn wir schon mal beim Thema sind. Pass auf. Mein Hund, beziehungsweise unser Hund, hat uns vorletzte Nacht nicht einschlafen lassen, weil sie nonstop am Quieken war in ihrer Box und wieder raus wollte. Und dann dachte ich, okay, vielleicht muss sie nochmal pinkeln. Bin ich mit ihr runtergegangen, sie wollte nicht pinkeln, hab sie wieder hochgebracht. Ey, das haben wir gar nicht. Oh, sorry. Das haben wir gar nicht? Was meinst du jetzt? Es ist mir gerade aufgefallen, dass es wieder irgendwas mit deinem Hund war, wo ich drüber nachgedacht habe, dass wir das gar nicht erzählt haben, dass du mich letztens absolut verarscht hast. Oh stimmt, da müssen wir über deinen Geburtstag noch reden. Stimmt, da haben wir gar nicht gesprochen drüber. Da haben wir nichts drüber erzählt. Ja, ja. Aber pass auf. Es ist wirklich große Scheiße mit meinem Hund gerade im Gange, weil sie hat uns dann wirklich alle, keine Ahnung, zehn Minuten hat sie dann wieder gequiekt, wollte wieder raus. Ich so, mit ihr versucht nochmal runterzugehen, zu kacken, wieder nicht gemacht. Und wir dachten dann so, hä, was will die denn? So, dann haben wir es ein bisschen versucht zu ignorieren, dachten, ja, die wird schon gleich aufhören. Wollte sie nicht, sie wollte auch nicht mit im Bett schlafen. Die war auf einmal übelst rastlos und ist hin und her gerannt und hat irgendwas gesucht. Und ich dachte, hä, was ist denn jetzt los? Und wir lagen wirklich die halbe Nacht wach, weil dieser Hund total wie ausgewechselt war. Also die ist total durchgedreht. Und ich dachte schon so, scheiße, als ich vorhin mit der Gassi war, hat die vielleicht einen Giftköder gegessen und jetzt wird die so irre oder sowas. Wirklich, ich habe schon richtig Panik bekommen. Und diese Nacht war das wieder genau dasselbe. Und jetzt fängt die an, Nester zu bauen. Jetzt hortet die auf einmal Spielzeug und bringt das in so Nester rein. Oh mein Gott, ist sie schwanger? Heute Morgen habe ich sie in unserem Abstellraum neben der Waschmaschine gefunden, weil sie im Wäschekorb saß, der so richtig hoch ist. Ich habe keine Ahnung, wie die da reingekommen ist, Julia. Der ist bestimmt, der ist auf jeden Fall über einen Meter hoch. Ja toll, dein Hund kann doch auf deinen Kopf hüpfen. Also mich wundert es überhaupt nicht. Ja, aber schon irgendwie crazy, dass sie da so reinspringt, so präzise. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und auf jeden Fall höre ich nur so, wie die ganz doll weint. Und ich denke, wo ist die denn? Da sitzt sie in diesem dunklen Raum, in diesem Wäschekorb drin und hat da ein Nest gebaut. Dann bringt die jetzt andauernd so kleine Gegenstände dann dahin. Und Julia, ich habe heute viel recherchiert, mit vielen Leuten telefoniert. Mein Hund ist scheinschwanger. Und ich kann nicht mehr. Jetzt auf Ernst? Auf Ernst. Sie ist scheinschwanger. Und das ist nicht mehr die Poppe, die ich kenne. Das ist ein ganz anderer Hund. Die ist so nervig. Hat die das davon nicht schon mal, dass du gedacht hättest, sie wäre, dass mal ihre Nippel so dick geworden sind oder so? Nee, das ist passiert ja, als sie läufig war, also als sie ihre Tage hatte. Und das war jetzt übrigens vor fünf Wochen. Da hatten wir auch im Podcast drüber geredet. Und da hatte ich dir doch auch erzählt, dass sie die ganze Zeit Kissen rammelt. Ja. Weißt du noch? Die hat die ganze Zeit wie bekloppt, über bestimmt eine Stunde hat die so ein Kissen gerammelt und hat nicht mehr aufgehört. Und dann hat jemand in meiner Instagram, also hat mir per DM auf meine Instagram-Story geantwortet, nimm der bloß das Kissen weg. Es kann passieren, dass die das so ernst nimmt mit dem Rammeln, dass sie denkt, sie schwängert das Kissen. Und dann dauert es nicht lang, dass sie erwartet, dass Kinder daraus kommen, die dann aber nicht kommen, wodurch der Hund so richtig so eine depressive Phase bekommen kann. Und Julia, ich glaube, an dem Punkt sind wir jetzt. Ich glaube, du hast sie ein bisschen zu lange außer Sicht gehalten. Wer weiß, wie lange die irgendwelche Sachen gerammelt hat. Und jetzt denken sie, sie ist schwanger. Ich habe das mit dem Rammeln echt zu spät erst gecheckt, dass es nicht gut ist. Irgendwann habe ich ihr das Kissen natürlich weggenommen. Aber da war sie schon anderthalb Tage am Rammeln, weißt du? Und ich glaube, das hat schon gereicht. Anderthalb Tage Rammeln, das reicht manchmal. Ja, ne, das reicht manchmal. Ja, und jetzt habe ich halt wirklich so mit sämtlichen Leuten darüber telefoniert, die da Ahnung haben. Wir haben auch den Züchter angerufen. Und der kennt sich ja mit der Rasse super gut aus. Und der meinte so, ja, das ist definitiv Scheinträchtigkeit. Das ist jetzt aber auch nichts, was super schlimm ist. Aber er hat gesagt, für zwei Wochen wird unser Alltag jetzt sehr, sehr anstrengend. Und ich dachte mir so, danke für nichts, Poppy. Wir sind ja nur nächste Woche auf der Hochzeit von Wolfgangs Schwester. Und Poppy ist da die ganze Zeit am Kindersuchen und Durchdrehen. Na, klasse. Perfekt. Super. Das klingt nach einer spaßigen Hochzeit für euch beide dann auf jeden Fall. Oh Mann, ey. Aber ist es dann nur zwei Wochen lang? Ja, er meinte so ein bis zwei Wochen kann das anhören. Also in zwei Wochen checkt sie, ja, da kommt kein Kind? Na, das ist jetzt halt einfach so ein krasser Hormoncocktail, der in ihr drin ist. Also die Hormone lassen ihren Körper so durchdrehen. Und deswegen will die jetzt Nester bauen und sucht hier nach ihren Kindern und nimmt auch so Spielzeug, als ihre Kinder waren. Und er hat gesagt, als absolute Krönung kann es passieren, dass sie einen Milchausschuss bekommt und tatsächlich Muttermilch produziert. Und wenn jetzt die Zitzen auch noch anschwellen, dann haben wir diesen Punkt erreicht. Boah, dieser Hund, Julia. Ey, ich kann nicht mehr. Es tut mir so leid, dass ich lache. Aber jetzt können vielleicht auch einige verstehen, warum ich dir an meinem Geburtstag alles geglaubt habe. Ja, ja. Weil Joey meinte zu mir, weil ich habe ihn gefragt, ob er an meinem Geburtstag Lust hat, abends noch was zu machen, weil ich war ja in Köln, das war ein Donnerstag, das war ein Trainingstag und dementsprechend habe ich jetzt nicht so den Spann, also nicht den Geburtstagigsten Geburtstag gehabt und dann dachte ich, okay, können wir vielleicht abends noch was machen, weil du wohnst ja in Köln und deswegen passt das ja. Ja, wir haben ja sogar noch in der Podcast-Folge drüber geredet, da hast du mich ja sogar gefragt und hast gesagt, Joey, willst du nicht dann rumkommen? Und ich so, ja, ja, na klar komme ich vorbei. Ja, ach stimmt, das war ja eigentlich... Da wusste ich doch schon, dass was geplant ist für dich. Also Leute, Matthias hat, also Julias Freund hat für sie geplant, so eine kleine Überraschungssache zu starten im Restaurant und dann kommen so ihre Freunde, sitzen dann im Restaurant und sie kommt rein und denkt so, oha, was ist denn jetzt passiert? So eine kleine, süße Überraschung halt. Ja, voll süß. Aber dadurch, dass ich dich ja schon gefragt habe und du mir zugesagt hast, musstest du mir ja wieder absagen, damit es noch eine Überraschung wird. Und Joey hat mir dann einfach irgendwie so zwei Stunden vorher geschrieben, hey, Poppy ist gerade von der Hängematte gefallen, deswegen müssen wir jetzt mit ihr in die Tiernotklinik. Ich schaff's wahrscheinlich heute Abend nicht. Und ich dachte so, wow. Und ich hab so Marvin und Wolfgang gefragt, so, das glaubt die mir doch nicht. Und beide so, nee, Alter, Joey, das ist zu offensichtlich, das glaubt Julia dir nicht. Und ich, und du hast mir komplett abgekauft, dass Poppy jetzt wirklich was hat. Ich hab's dir zu tausend Prozent geglaubt, weil, sorry, dein Hund hat sich schon mal den Schwanz gebrochen und hat jetzt einen Knick im Schwanz. Also natürlich glaub ich dir, dass die auch von der Hängematte fällt. Ich find's sehr, sehr süß und ich finde, dieser Knick sieht auch richtig, richtig süß aus. Aber trotzdem ist sie halt ein kleiner Tollpatsch. Ja, und sie hat's von Papa gelernt. Und deswegen wundert's mich halt nicht. Ja, aber das Krasse, finde ich, ist ja auch, dass du das anscheinend irgendwie direkt deinen Eltern gesagt hast, weil am nächsten Tag war ich ja bei Let's Dance und deine Mutter kommt ganz aufgeregt zu mir an und sagt, Joey, wie geht's denn jetzt eigentlich, Poppy, habt ihr das klären können? Ist irgendwas Schlimmes jetzt passiert? Und ich so, äh, also, es ist nix passiert. Und sie so völlig perplex. Wie, es ist nix passiert? Hä, wie jetzt? Und ich so, ja, also, ich muss dir ja anlügen. Wie, du hast sie angelogen? Und die hat das überhaupt nicht gerafft am Anfang. Ja, ich hab halt abends mit meinen Eltern telefoniert, weil ich die ja nicht sehen konnte an meinem Geburtstag und dann hab ich denen das halt erzählt. Das war auf dem Weg vom Studio zurück ins Hotel. Und da wusste ich das ja noch nicht. Und da hab ich denen halt erzählt, so, ja, eigentlich wollte ich was mit Joey machen, aber, naja, sein Hund ist halt von der Hängemasse gefallen und deswegen kann er nicht. Das klingt auch so doof, ne? Aber mir glaubt man sowas halt. Das klingt so dumm, aber wir haben es halt alle, also, die haben auch nicht gedacht, bist du dir da sicher? Matthias war auch so, Joey, bitte lass dir eine Ausrede einfallen mit Poppy. Was anderes glaubt Julia nicht. Ich glaube, er hat recht. Ja. Ich war aber auch so richtig dumm, weil ich hab morgens dir ja gratuliert per WhatsApp und hab so geschrieben, alles Gute. Und anstatt das einfach dann so im Sande verlaufen zu lassen, dass wir zwei Tage vorher geklärt haben, dass ich irgendwie abends zu dir komme, sag ich dann auch noch so, freu mich schon auch auf dich heute, äh, heute Abend im Hotel, wenn wir hier irgendwie, äh, keine, also ich freu mich schon, zu dir ins Hotel abends zu kommen, wo ich mir denke, warum mach ich sie jetzt auch noch darauf aufmerksam, wenn ich ja eigentlich nicht will, dass sie, dass sie möchte, dass ich komme, weißt du? Das war richtig dumm von mir. Und an diesem Punkt sehen wir mal wieder, wie schlecht Joey's Jungle im Lügen ist. Ja, es ist, es ist vollkommen Panne einfach. Das ist echt Panne, darüber hab ich gar nicht nachgedacht. Hm. Naja. Aber das hat's dann auch noch glaubwürdiger gemacht, dass du mir abgesagt hast. Ja, na siehste, hat's doch, hat's doch ganz gut geklappt. Ja, das stimmt. Also, Julia, bitte, bitte, bete für mich, dass Poppy nur ganz, ganz kurz scheinträchtig ist und an alle, die jetzt gerade ausrasten vom Weg, nehmt ihr die Spielzeuge weg? Die sind natürlich weggenommen, wir versuchen auch so gut es geht zu verhindern, dass sie überhaupt die Möglichkeit hat, Nester zu bauen, weil man muss das wirklich so gut es geht unterdrücken und auch wirklich sie so richtig krass ablenken, dass sie gar nicht so die Hormone zulassen kann quasi, also dass sie gar nicht so viel Zeit hat, die Hormone wirken zu lassen irgendwie, deswegen ganz viel mit ihr rausgehen. Das ist so unfassbar anstrengend. Ja, es ist wirklich, und das läuft jetzt seit zwei Tagen, Julia, also ich hab die ganze Scheiße noch vor mir. Oh Gott. Die nächsten zwei Wochen werden einfach schlaflos, Joey. Echt jetzt, Julia, ich habe so wenig geschlafen die letzten zwei Tage. Nee. Super. Ich hab noch eine kleine Scheiße, die passiert, nee, es ist eigentlich keine Scheiße. Was denn? Ich war am Sonntag beim Tokyo Hotel Konzert und du nicht. Oh, ja, toll. Ja. Ey, und ich habe mehr Kommentare bekommen dazu, dass ich dich nicht dabei habe und was mir denn einfallen würde, weil das doch so ein Traum von dir wäre, anstatt einfach so, dass Leute sagen, ey, voll cool, dass du das mal live gesehen hast oder so. Oh, das finde ich süß. Alle so, ich war die Julia nicht dabei. Ja, das ist gut. Naja, weiß ich jetzt nicht. Ach, es ist okay, ich bin zwar sehr, 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 sehr neidisch, dass du Tokyo Hotel gesehen hast und auf einem Konzert warst, aber andererseits habe ich dann wenigstens dafür gesorgt, dass Lisa am Freitag kommen kann. Oh mein Gott, ja, das wollte ich auch noch ansprechen. Julia, ich habe Lisa Bescheid gesagt und sie ist so krank ausgerastet, das kannst du dir nicht vorstellen. Echt jetzt? Julia, das war wirklich das Erfolgserlebnis meiner Woche und das war ganz am Anfang der Woche, Montagmorgen um 10 Uhr, rufe ich bei Lisa an. Übrigens, Leute, Lisa ist die Friseurin von Joey, wo wir gesagt haben, dass wenn ich ins Halbfinale komme, Lisa kommen darf, weil Lisa der absolute Let's Dance Fan ist. Ja, und weil sie das Let's Dance Orakel ist und die ganze Zeit bestimmt, wer wann rausfliegt. Und auf jeden Fall rufe ich da so an. Ich hatte ja ihre Nummer auch gar nicht, ne? Ich habe einfach beim Friseur angerufen. Eigentlich ist es halt wirklich hardcore random, weil du ja jetzt auch nicht mit deiner Friseurin krass befreundet bist oder so, sondern du bist halt einfach Lisa deine Friseurin, mit der du dich gerne und nett unterhältst, wenn sie dir deine Haare macht, aber sonst kennt ihr euch ja nicht, oder? Nein, Julia, ich weiß auch nichts über Lisa. Das wird ganz, ganz komisch am Freitag. Ich finde das so unfassbar lustig, weil es klingt halt immer so, als wäre Lisa deine beste Freundin irgendwie, wenn wir darüber reden. Das Lustige ist ja auch, Lisa und ich haben uns jetzt irgendwie anderthalb Jahre nicht gesehen und seitdem wir uns wiedersehen… Warte mal, es hat gerade an der Tür geklopft. Oh oh. Hilfe. Willst du rangehen? Warte kurz, ja. Guten Tag, ich bin zurück. Das war doch jetzt eine Anmache, das habe ich doch gehört. Hä, wieso? Wer wann? Aber was hat er dir gebracht? So bestimmt so Pralinen oder sowas, so wie er mit dir geredet hat. Sorry, sorry, ich wollte wirklich nicht stören, aber das musste ich dir jetzt nochmal vorbeibringen. Nein, das war so ein Typ vom Hotel, der mir zwei Pakete gebracht hat, die angeblich seit Anfang Mai da unten bei denen liegen und ich war vorhin so, ja, ich hole es später. Und jetzt hat er sie dir vorbeigebracht? Ja. Okay. Wo waren wir jetzt? Irgendwas mit Lisa, ne? Lisa. Ah ja, genau. Das Lustige ist ja auch, Lisa und ich haben uns ja anderthalb Jahre nicht gesehen, weil sie ja im Babyurlaub war, wie auch immer das heißt. Und seitdem haben wir uns jetzt auch erst zweimal wieder gesehen. Und das ja auch nur für eine halbe Stunde. Und da kam das ja alles auf mit diesem Let's Dance und so, das wusste ich ja vorher auch alles nicht. Und wirklich, ich rufe da an und dachte mir so, wie erkläre ich der das jetzt, ohne dass das völlig random rüberkommt? Weil die ja höchstwahrscheinlich den Podcast nicht gehört hat. Das ist ja auch eigentlich komplett absurd, dass du sie das fragst. Ja. Vor allem, weil, also wenn sie den Podcast gehört hätte, wäre das alles klar gewesen. Aber ohne den Podcast gibt es ja überhaupt gar keinen Kontext für sie. Weißt du? Ja, da ist es halt sogar fast schon weird, dass ein, in Anführungszeichen, random Kunde sie jetzt plötzlich zu Let's Dance einlädt. Ich dachte dann auch so, fuck, was ist, wenn sie sagt, wenn ich das alles falsch verstanden habe und sie sagt dann so, ja, so ein Riesenfan bin ich von Let's Dance auch nicht, also ich muss da jetzt echt nicht ins Studio gehen. So, ich dachte so, scheiße, was ist, wenn das passiert? Ja. Oder wenn sie sagt, ja, Joey, jetzt so als dein Plus Eins weiß ich jetzt nicht, also wenn, dann würde ich ganz gerne mit meinem Freund dahin gehen oder so. Weißt du, das wäre ja auch voll weird gewesen. Ja. Und ich dachte wirklich so, scheiße, ey, wie verpacke ich das jetzt? Aber auf jeden Fall, ich rufe da an beim Friseur, dann geht da natürlich erstmal jemand anders dran. Ich so, ja, ich will eigentlich gar keinen Termin ausmachen, ich würde ganz gerne einfach mal kurz mit der Lisa sprechen. Und die so, ja, die ist jetzt gerade aber in einem anderen Telefonat, da kann ich dich jetzt nur weglegen und da musst du mal warten. Also dann musste ich dann wirklich so zehn Minuten warten, bis Lisa mit diesem anderen Telefonat fertig war. Und dann ging sie so dran, so völlig professionell, weil sie ja auch nicht wusste, wer dran ist. Und ich so, hi Lisa, hier ist Joey. Das kommt jetzt wahrscheinlich so. Hallo Lisa. Ja, ist halt, ja. Und dann meinte ich so, ja, es kommt jetzt vielleicht völlig random rüber, aber, also du kennst ja die Julia, die ist ja gerade bei Let's Dance und ich habe mit der über dich gesprochen und auch mit ihrem Vater. und die haben beide gesagt, sie würden dich voll gerne mit dabei haben im Halbfinale und die würden dich voll gerne kennenlernen. Nein, das hast du gesagt. Ja, ich musste es ja irgendwie so verpacken. Joey, das ist ja so, das ist ja noch weirder, als wenn du einfach gesagt hättest, ich bin mit Julia befreundet, sie hat zwei Karten, wenn du Bock hast, komm mit, weil ich weiß, was für ein Fan du willst. Du hast ihr gesagt, dass ich und mein Vater sie gerne kennenlernen möchten. Nee, aber, also, die weiß ja, dass wir den Podcast haben und dadurch weiß ja auch, dass wir Freunde sind. Also, die weiß, also, die kennt unsere Connection zueinander und deswegen weiß. Ja, aber warum will denn mein Vater sie kennenlernen? Ja, ich habe das nicht sofort gesagt, aber ich meinte dann so, ja, ich habe auch letztens mit ihrem Papa da geredet während der letzten Live-Show und da meinte er so, ja, die Lisa, die kann auch mal vorbeikommen, das wäre doch witzig. Und ich habe ihr aber auch erzählt, weil wir im Podcast über sie geredet haben und ich konnte ihr aber in der Kürze der Zeit und weil ich natürlich auch so ein bisschen aufgeregt war, konnte ich ihr jetzt natürlich nicht lang und breit erklären, inwiefern auf einmal dein Vater auf die Idee kommt, warum jetzt meine Friseurin bei, in der... Ich glaube, das wäre sogar auch irgendwie weird gewesen, hättest du es noch erklärt, von daher ist schon okay. Ja, es war wirklich, ich habe so richtig angefangen zu schwitzen, weil ich dachte, oh, hoffentlich versteht sie das jetzt nicht falsch und denkt sich so, was ist er denn für ein creepy Typ und legt auf, weißt du. Aber Lisa hat irgendwie gar nicht großartig drüber nachgedacht, ob ich irgendwie jetzt weird bin oder so, sondern sie war einfach von Anfang an total perplex und war so, ja, 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 ich komme mit, ja, aber warte, ich muss am Freitag arbeiten, wie mache ich denn das, wann muss ich denn wo sein? Und ich so, naja, wenn du so 18.30 Uhr da bist, dann ist alles safe. Typ, ja, okay, schaffe ich, gar kein Problem. Und ich so, ja, also du, ich würde dich dann quasi so als mein Plus Eins mitnehmen, ist das okay für dich? Ja, ja, na klar, also ja, kriegen wir hin, okay, ja, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll und oh mein Gott, danke, danke. Und die war so, wirklich, ey, das war so, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben jemand so eingefallen getan wie damit. Also noch nie hat sich jemand über sowas, über etwas so gefreut, was ich initiiert habe. Dabei hast du es ja eigentlich, oder dein Vater, wer dein Vater nicht mehr, wer auch immer es im Endeffekt war. Aber im Grunde waren es eigentlich die Zuschauer, weil sie mich weitergewählt haben. Das stimmt. Also eigentlich müssen wir den Leuten Danke sagen, dass Lisa jetzt eine schöne Zeit haben wird. Boah, der ist bestimmt voll unangenehm, wenn die das jetzt auch in dem Podcast hört, wie ich sie gerade nachgemacht habe. Lisa, es tut mir leid, aber du hast dich schon doll gefreut. Das ist vollkommen okay und es ist auch gut so. Ja. Ist doch mega. Ja. Ne, ja, aber nochmal dazu, also Leute, fucking danke, dass ihr angerufen habt und SMS geschrieben habe, weil ich bin jetzt einfach im Halbfinale. Alter Joey, kannst du das glauben? Ja, und du hast ja wohl sowas von krank rasiert letzte Woche, das war ja abartig. Das auch noch, was zur Hölle. Ja, also irgendwie anscheinend, je mehr Druck du hast, je besser funktioniert es. Also sorry, aber mit dem Finale, das wird ja super. Oh, Joey, jetzt machst du mir ja richtig Druck. Hä, aber guck mal. Nee, das ist ja auch gut, ne? Stimmt. Ja, aber guck mal, also du warst ja echt krass unter Druck, das hattest du mir auch nochmal gesagt. Ich glaube off-camera, so von wegen, dass es noch nie so krass war wie letzte Woche bei dir. Und du hast ja absolut abgeliefert. Joey, ganz ehrlich, das klingt jetzt total bekloppt, ne? Aber diese Woche ist noch schlimmer. Ja, perfekt, dann wird das doch was. Dann wird das was mit dem Finale. Ey, ich hab, Joey, du kannst dir das nicht vorstellen. Ich habe solche Schmerzen. Ich kriege, ich hab den geisteskrankesten Muskelkater meines Lebens. Ich hab diese Woche unter anderem Jive. Weißt du, wie Jive aussieht? Nee, ich vergesse das doch immer wieder. Jive ist eigentlich so ein Tanz, da... Ich kann es nicht so richtig erklären, ohne dass es richtig scheiße klingt, aber im Endeffekt machst du richtig viele Kicks. Also du trittst super viel in die Luft und musst dein Bein so zurückziehen und machst so und hüpfst und trampelst so. Ich kann es nicht besser erklären. Es klingt total scheiße, aber es sieht cool aus und es macht auch Spaß. Aber, Junge, hab ich einen fucking kranken Muskelkater. Seit Sonntag, Sonntag haben wir den ersten Tag diesen Jive gemacht. Und seitdem, ich kann nicht mehr die Treppe hochgehen und ich kann auch nicht mehr meine Schuhe anziehen, ohne mein Bein mit meinen Händen auf meinen anderen Oberschenkel zu heben. Weil es so fucking geisteskrank doll wehtut. Krass. Das ist nicht cool. Aber ich fühle es komplett, weil so geht es mir jede Woche, seitdem Miri mir sagt, was ich für Übungen machen muss mit den ganzen Squats und sowas. Das tut so krank weh mit diesem Muskelkater. Ja, das glaube ich. Ich hatte das sehr, sehr, sehr lange nicht mehr, solche Schmerzen. Und es ist halt wirklich krass, weil ich kann den halt nicht durchtanzen, weil es so weh tut. Echt jetzt? Nee, ich kann, ich schaffe es nicht. Ach, du konntest jetzt die ganze Zeit nicht so 100% üben, weil einfach diese Muskelkater-Schmerzen so krank waren? Ja. Oh, interessant. Dann wird das ja wirklich schon wieder eine knappe Nummer am Freitag. Ja, es klappt irgendwie, aber ich kann mein Bein halt nicht so hochziehen, wie es nötig ist, weißt du? Also eigentlich musst du halt nach dem Kick deinen Oberschenkel so richtig zu dir zurückziehen, so dass er quasi nicht zur Brust, aber was dann kommt, weißt du? Ja, ja. Und das kriege ich nicht hin. Aber heftig, dass du jetzt nach elf oder zwölf Wochen sogar Tanztraining jetzt immer noch von einem so einen bestimmten Tanz so krass Muskelkater kriegst. Also eigentlich würde man ja davon ausgehen, dass du langsam so ein bisschen drin bist. Ja, aber Jive ist einfach, da hatte jeder, selbst Philipp, der ja wirklich ultrasportlich ist, hatte den todeskranksten Muskelkater beim Jive. Okay, krass. Also ich glaube, das liegt einfach an dem Tanz. Ja, aber guck mal, du hast ja bis Freitag noch zwei Tage Zeit, also, aber ist das immer noch so schlimm? Joey, ich kann die, ich kann, ich kann die Treppe nicht hochgehen. Oha. Ich kann nicht aus dem Auto steigen, ohne zu stöhnen. Ja, aber kannst du nicht irgendwas nehmen gegen Muskelkater, so Magnesium oder so ein Gedöns? Ey, weißt du, wie viel Magnesium ich mir reinbutter? Naja, du nimmst schon immer diese Brause-Tabletten. Ich sitze jeden Abend da mit meiner Massagepistole und massiere mir einen ab. Ja, krass. Es ist krass. Also es hilft schon ein bisschen, aber ich glaube, also dadurch, dass ich ja heute die ganze Zeit das auch weitermachen musste und morgen ja auch weitermachen muss, warum sollte das Freitag weg sein? Ich mache es ja die ganze Zeit einfach weiter. Ja, aber dein Körper gewöhnt sich ja auch dran an die Bewegung und so, dann ist es ja nicht mehr so schlimm. Aber gut, so schnell diese Muskeln dann wieder zu regenerieren, ist vielleicht auch schwierig. Es bleibt spannend. Ich bin gespannt auf Freitag. Ich sitze nämlich wieder im Publikum. Ja, es bleibt tatsächlich spannend. Ich werde einfach, also keine Ahnung, vielleicht mit genug Adrenalin klappt es dann doch, mein Bein hochzuziehen und ich tanze die Schmerzen einfach weg. Aber es ist wirklich richtig krass. Und das ist ja nicht, es ist nicht das Einzige, sondern ich habe ja diese Woche, ich habe diese Woche zwei Einzeltänze, also quasi so wie letzte Woche, nur dass es halt kein Trio-Tanz ist das eine, sondern halt wirklich zwei Einzeltänze. Ja. Einmal den Jive und Slow Fox. Eieiei, das ist nicht gut. Slow Fox ist der schwierigste Standard-Tanz und Alter, er ist fucking der schwierigste Standard-Tanz, weil es gibt so, es gibt einen, so einen Schritt, der mache ich fertig, das ist eine Fersendrehung, Joey. Okay. Man muss an einem, bei einem Schritt muss man die Füße zusammennehmen und dann über die Ferse 90 Grad den Fuß drehen, dann auf den Ballen sich stellen und dann weiterlaufen. Das ist der absurdeste Schritt, den ich in meinem Leben jemals gehört habe, weil normalerweise beim Tanzen machen alle Schritte irgendwie Sinn. Man denkt sich so, ja okay, so würde man ja normalerweise auch laufen, also so, dass du mit der Ferse so zurückziehst und so solche Sachen, das macht alles Sinn. Aber diese Fersendrehung, die ist halt einfach für den Arsch. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich glaube dir das ganz doll. Ich glaube, ich habe auch gerade gemerkt, ich glaube, du verstehst gerade nur Bahnhof und ist scheißegal, vergiss es auf jeden Fall schwierig. Ich glaube dir, dass das so schwierig ist. Aber guck mal, Julia, Tanzen und ich, ich bin schon ganz stolz auf mich, dass ich mich so doll, dass ich immer so voll abgehe, wenn du tanzt, dass ich mich da immer so doll freue. Ja, aber ich finde das auch immer so süß, deine Storys. Ich habe mich richtig darüber gefreut, auch dass du angerufen hast, sogar richtig. Hä, ich rufe immer, also ich schreibe SMS. Ja, aber dass du das, ich habe es dir jetzt mal gesehen, weißt du. Ja, jetzt glaubst du es mir auch, oder was? Ja. Blöde Kuh. Nein, ich glaube es dir auch so, aber ich fand es irgendwie mega süß. Ja, also, aber das, also letzte Woche musste ja sein, ich habe ja auch mich verpflichtet gefühlt, diese Story zu machen, damit so viele wie möglich für dich anrufen, weil ich wollte halt auch, dass Lisa mitkommt. Oh Gott, ey, wenn ich wirklich, wenn ich auf Lisa treffe am Freitag, das wird erst mal so weird, ne? Ich bin so lustig. Vor allem das Lustige ist, ja, ich habe ja dann zu Lisa gesagt, okay, also ich brauche jetzt ganz schnell von dir deinen Namen und dein Geburtsdatum, weil das braucht Julia, um die Karte für dich personalisieren zu lassen. Und sie so, okay, okay. Und ich so, du siehst ja jetzt hier meine Telefonnummer eingeblendet, dann schreib mir mal bei WhatsApp. Und sie so, okay, mache ich. Und dann hat sie mir das geschickt und meinte nochmal so, oh mein Gott, vielen Dank, hier meinen Namen und Geburtsdatum. Und seitdem haben wir nicht mehr geschrieben, Julia. Also ich habe sie noch nicht mal darüber aufgeklärt, weil ich irgendwie so auch so dachte, ja, sie meldet sich nochmal und sagt nochmal, so und jetzt erklär mir mal bitte, was hier abging, so, weil ich stehe immer noch auf dem Schlauch. Aber Lisa hat nichts. Naja, aber was, warum, was soll sie denn, was soll sie denn erklären? Ja, wahrscheinlich. Du hast halt eine Karte für sie. Wahrscheinlich hat sie dann auch irgendwann die Idee gehabt, mal in den Podcast reinzuhören. Oder? Ist ja lustig, wenn sie dann, wenn sie immer noch keinen plassen Schimmer hätte, was wir da besprochen haben, wenn wir uns am Freitag sehen. In beide Richtungen wäre es irgendwie sehr lustig, finde ich. Ja, Leute, es bleibt spannend. Wir werden weiterhin berichten. Ja, in der nächsten Folge wird dann das Update kommen, wie cringe das Aufeinandertreffen tatsächlich war. Aber es ist so eine witzige Story, deswegen freue ich mich allein schon so darüber, dass Lisa, meine Friseurin, jetzt mitkommt. Ey, aber du musst ihr sagen, dass ich nicht Hallo sagen kann, bevor ich getanzt habe, sonst denkt sie, ich bin eine blöde Kuh. Ja, das sage ich ihr. Das ist nämlich, habe ich das eigentlich schon mal erzählt? Das ist mein, ich habe mein Geheimrezept für nicht zu krasse Aufregung mittlerweile ist, dass ich meiner Familie und also und euch, wenn ihr da seid, vor meinem Tanz nicht Hallo sage. Ich kann nicht zu euch kommen, weil ich sonst so aufgeregt werde. Julia guckt auch nicht mal so richtig überhaupt jemanden an vorher. Das passiert dann alles erst danach. Ja. So, wenn wir da reingehen, um Hallo zu, also bevor die Live-Show anfängt, ist es nämlich schon immer so, dass wir einmal so reingehen und das Studio, also die Gäste begrüßen quasi so und das ist wirklich so, dass ich konsequent in die andere Richtung gucke. Also selbst wenn wir auf euch, auf eure Seite zulaufen, gucke ich dann einfach nach links oder rechts, damit ich bloß keinen Blickkontakt mache, weil ich so krass abergläubisch geworden bin oder, ist das abergläubisch? Ja, doch, ja. Wenn ich denke, das bringt Unglück? Ja. Oder macht mich zu nervös? Ja, ich bin richtig crazy. Ich darf keinen Blickkontakt mit euch halten, weil ich dann denke, das bringt mich raus. Ja, ist okay, Julia. Ja. Wir verzeihen es dir. Ey, aber du musst mir so krass die Daumen drücken heute. Äh, nicht heute. Doch, für die Leute heute. Für die Leute heute. Aber jetzt, wenn wir das... Vor allen Dingen, weil es gibt... Hä? Jetzt, wo wir das aufnehmen, Leute, ist es übrigens Mittwoch, 21.20 Uhr, also übermorgen geht's rund. Was wolltest du noch grad sagen? Das Krasseste ist ja, das ist, es sind ja, das, was ich noch sagen wollte, es sind ja nicht nur diese zwei Einzeltänze, sondern es gibt auch noch den Impro-Tanz. Weißt du, was das bedeutet? Impro klingt nach Improvisation, klingt nach, man denkt sich das irgendwie in dem Moment aus und tanzt so, wie man sich gerade fühlt oder was die Musik hergibt. Richtig. Das ist doch auch spannend. Also, quasi, es ist echt so krass, weil es, ähm, wir kriegen so Kugeln und müssen dann quasi einen Tanz ziehen, jedes Paar. Ah. Also es können alle Tänze, die es bei Let's Dance gibt und das sind elf oder zwölf, es können alle Tänze, ähm, sind in dieser Bowl drin und wir ziehen davon ein und jeder Tanz kann es sein und dann kriegen wir irgendeine Musik, die wir vorher noch nie gehört haben und wir haben dann 60 Sekunden Zeit, um uns umzuziehen und dass er mir quasi erklärt, was wir machen. Also, aka gar keine Zeit und dann müssen wir improvisieren, was wir zu dieser Musik eine Minute lang machen. Ja, so ein bisschen musst du dann beweisen, was du jetzt alles schon so drauf hast, ne? Ohne jetzt irgendwie das alles auswendig zu lernen. Ja, vor allen Dingen muss man sich halt, man muss sich halt eigentlich mehr oder weniger blind verstehen und er muss einfach Bewegungen, er muss mich halt so führen. Ja, stimmt. Ohne mit mir zu sprechen, dass ich weiß, was ich als nächstes tun muss, obwohl ich nicht weiß, was ich als nächstes tun muss. Das wird so eine Schwitzveranstaltung, Joey. Ich hab jetzt schon Schiss. Ja, dann benutze aber mal schön viel Deo, das, äh, das wäre mal notwendig. Ja, ich schwöre. Nachher riecht Lisa mich noch. Was für ein dummer Bits auch gerade, ey. Naja, ey, Julia, hast du Zeit für die knackigen Fragen, oder? Ja, ey, wir nehmen schon so lange auf, ach du Kacke. Ja. Okay. Hast du gute, knackige Fragen für mich, Julia? Sei ehrlich. Meiner Meinung nach habe ich gute, knackige Fragen. Ob das auch deiner Meinung entspricht, weiß ich nicht, aber ich finde sie spannend. Das wird doch wieder Katastrophe hier. Ey, eine Sache, eine Frage, die ich, äh, die ich, ähm, hab, die passt sogar zu dem, was wir vorhin erzählt haben mit deinem Führerschein. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich so ganz banale Sachen über dich einfach nicht weiß. Aha. Okay. Joey, was war dein erstes Auto? Oh, das ist eine coole Frage. Ja. Ich glaube, ich weiß aber, was dein erstes Auto war. Ja, du weißt es bestimmt. Deins ist ein Mini, ne? Ein Mini, äh, Cabrio. Ja, Mini Cooper Cabrio. Das war ja auch so ein bisschen dein Traumauto und das hast du dir dann auch direkt gegönnt, ne? Schon cool. Ich hab, äh, mein, mein YouTube-Money hab ich gespart und mir dann ein Mini davon gekauft. Das ist auch so krass, dass du einfach in so einem jungen Alter schon, äh, einfach so, du konntest dir ein Auto dann kaufen, ja, okay, dann, dann, dann kauf ich mir jetzt das Auto. Das ist so cool. Ja, ultra cool. Ja. Aber halt auch nur, weil ich nie irgendwas, äh, an Geld ausgegeben hab und das immer gespart hab halt, ne? Ja, ich find, das ist auch eine gute Investition, so ein Auto braucht man halt schon mal. Ja. Kann man machen. Ähm, mein erstes Auto hab ich mir leider nicht selbst gekauft, Joey, ja. Damals war ich noch broke. Das ist total okay. Okay. Ich judge dich nicht dafür. Ähm, ich hab mein erstes Auto, ähm, von meinen Eltern, äh, quasi gesponsert bekommen. So von wegen, okay, du kriegst es jetzt, wir legen dir das erstmal aus und dann, wenn du, wenn du das, hab ich das geschenkt bekommen oder musste ich das zurückzahlen? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja. Gute Frage eigentlich. Aber warte mal, durftest du es dir selber aussuchen oder haben sie es dir einfach gekauft? Ne, ne, das war dann einfach so, die haben mir ein richtiges Schrottauto gekauft. Das war dann wirklich so, ich konnte dann mit 18 Jahren fahren und so richtig kitschig stand dann zu meinem 18. Geburtstag dann auch ein Auto wirklich im Hof, äh, mit dem ich dann zur Schule fahren konnte. Aber das war wirklich die absolute Schrottmühle, weil mein Vater so war, nee, Alter, also bevor du hier das Auto klar fährst, lernst du das erstmal in dem Mistding. Ja, das wollten meine Eltern eigentlich auch, dass ich das so mache, verständlicherweise. Mein Vater hat nämlich, äh, das sollte eigentlich mein erstes Auto sein. Mein Vater hat von seiner Arbeit, die haben, äh, manchmal, ähm, so alte Autos, die die nicht mehr als Firmenwagen benutzen, ähm, durften die abkaufen. Für richtig, richtig wenig Geld. Und das war so ein alter Opel Astra, also wirklich ein richtig alter Opel Astra. Ja, das ist ein gutes Anfängerautor. Ähm, mit einem, mit, mit Erdgas. Oh. Ist der gefahren. Krass. Der hatte, der hatte gerade mal so eben Servolenkung. Ja. Also jetzt mal ohne Spaß, das ist aber so ein altes Ding. Das hatte keine Anfahrhilfe, gar nichts. Und dadurch, dass das mit Erdgas gefahren ist, war es noch schwieriger, die, äh, das Auto zum Fahren zu bringen. Also die Kupplung. Ja, die Kupplung kommen zu lassen. Genau, die Kupplung kommen zu lassen. Ähm, und deswegen, ähm, war ich sehr, sehr froh, dass ich das Auto dann im Endeffekt doch nicht als mein erstes Auto nehmen musste. Weil du dann gesagt hast. Ich bin damit aber mit 17. Weil du dann gesagt hast, hier Papa, nee, ich will nicht mit dem Dreckding fahren, ich kaufe mir mein eigenes oder was? Oder wie kam das denn? Nein, ich hatte Todesangst, mit dem Teil zu fahren. Ich bin, meine Eltern hatten das, äh, schon, als ich 17 war und ich bin damit immer gefahren, um halt wirklich fahren zu üben. Ähm, mit meinen Eltern aber als Beifahrer so. Und immer, wenn wir einen Berg hochgefahren sind, ich hab halt die Panik des Todes bekommen, dass ich an diesem Berg anfahren muss. Weil das so schwer war, dieses Auto anfahren zu lassen, dass ich wirklich gedacht habe, ich werde mich niemals in meinem Leben alleine da reinsetzen, weil ich werde alle Autos und Häuser kaputt fahren, weil ich rückwärts den Berg runter, äh, runterfahre. So hab ich doch meine erste, ähm, äh, praktische Fahrprüfung auch verkackt, weil ich doch rückwärts runtergerollt bin und dann hab ich so Passanten überfahren. Das ist eigentlich auch gar nicht lustig. Nein, ja, stimmt's. Auch noch so, wirklich so asiatische Touristen, so geht's das erste Mal irgendwie in Deutschland durch so eine Insel, so die Sightseeing und ich überfahr die fast. Perfekt. Rückwärts. Die haben sich sehr willkommen gefühlt. Ja. Ähm, ja, krass. Ja, also, was war jetzt dein erstes Auto? Mein erstes Auto war ein VW Polo, Baujahr 2001. Ui. Ja. Und wie viele Kilometer hatte der schon drauf? Boah, das weiß ich nicht mehr, aber locker 160.000. Locker. Boah. Und welche Farbe? Schwarz. Ah. Und der hatte auch so richtig cringe meine Initialien quasi auch als Kfz-Kennzeichen und auch mein Geburtsdatum, weil mein Vater so dachte, ja, das muss schon sein. Wenn schon, denn schon. Ach so, ja, das ist, finde ich, noch okay. Das finde ich nicht schlimm, aber, ähm, was ich cringe gefunden hätte, wäre so ein Aufkleber. Ach so, nee, 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 nee. Happy Birthday Joey, endlich 18. Und dann noch so ein Anfänger-Aufkleber hinten drauf. Ja, ja, ey, bei uns in der Stadt gibt's halt wirklich ein Auto, ich hab's jetzt schon länger nicht mehr gesehen, aber bis vor ein, zwei Jahren ist das immer noch da langgefahren. Das war auch so eine richtig alte Puppelkarre, die hinten auf dem, auf der Scheibe Abi 2015 oder so stehen hat. Oh, unangenehm. 14 oder 15, eins von beiden, also so wirklich sehr, sehr lang her, wo ich so dachte, okay, also langsam kannst du die Aufkleber auch mal abmachen, ne? Allerdings, ey, aber Julia, ich bin Abi 13, überleg dir das mal. Ich bin noch länger her. Oh, crazy. Ey, ich bin dieses Jahr zehn Jahre aus der Schule raus. Ich hab dieses Jahr zehnjähriges Klassentreffen. Krass, hast du Klassentreffen? Ich hab Klassentreffen dieses Jahr, aber ich kann nicht hingehen, weil ich gleichzeitig auf einer Hochzeit bin, ist ganz traurig. Oh. Ja. Ja, krass. Ich glaube, meine Klasse oder meine Stufe wird niemals ein Stufen- oder Klassentreffen machen. Ja, aber ganz ehrlich, ich hab auch gedacht, ich komm niemals in das Alter, wo Klassentreffen ein Thema ist und jetzt hab ich Klassentreffen. Das ist ganz schlimm. Hä, ganz ehrlich, ich fänd das voll cool. Ich find sowas mega spannend, aber unsere Stufe hat sich halt gehasst, deswegen haben die gar keinen Bock aufeinander. Krass. Das war so richtige, wir hatten so eine richtige Gruppierungsstufe, also da waren wirklich nur Gruppen, die sich nochmal in ihrem Leben sehen wollen würden. Der Rest halt nicht. Ja, also bei mir ist das jetzt auch nicht so, dass ich denke, oh mein Gott, endlich treff ich wieder auf die alten Homies. Ich find das so spannend, wie Leute sich verändern, was für Jobs Leute machen, wie Leute aussehen und so. Und dann so, da kann man so heimlich in der Ecke stehen, oh guck mal, was aus der geworden ist, um Gottes Willen. Wie sieht die denn aus? Ja, Joey, einfach zum Lästern will ich da hin. Nein, Spaß. Nein, ich find das wirklich voll spannend. Ja, aber ich hatte auch ein bisschen Angst, also was die Leute, also guck mal, als ich aus der Schule raus bin, da war ich noch so ein richtig, ein ganz anderer Mensch, so eine richtig gebrochene Seele. Und jetzt bin ich so voll der, also ich stehe so voll im Leben und so auch selbstbewusst und so weiter. Hä, ja, ist doch voll geil. Und hab so einen richtigen, nein, wie soll ich sagen, bin so voll den Weg gegangen einfach, ne. Und ich weiß nicht, wie Leute, also wie die Leute dazu stehen, ob die dann auch immer so sagen, hier, du komischer Cringe-Youtuber, was bist du denn für einer? Oder ob die dann so sagen, so voll cool, was du gemacht hast. Ich find das so ein bisschen Schiss. Nein, also ganz ehrlich, hä, warum das denn? Ich weiß nicht, das sind so, also, ich hab auch schlechte Erfahrungen in der Schule gemacht, weißt du? Ja, aber gerade wegen solchen Geschichten find ich das halt so cool, wenn dann Leute, die halt in der Schule wirklich so total unselbstbewusst waren oder so kleine Mäuschen oder in Anführungszeichen die Opfer, die dann zurückkommen zu diesen Klassentreffen und so ein komplett anderer Mensch sind, ist doch mega cool. Ja, aber guck mal, du wurdest ja in der Schule auch belächelt dafür, dass du YouTube machst und so weiter. Ja. Meinst du, wenn du jetzt Klassentreffen hättest und die würdest dir sehen, dann würden die alle sagen, oh mein Gott, wie gemein war ich, dass ich dich belächelt hab? Oder meinst du nicht, da würden auch noch immer noch welche so sein, so von wegen, hier, du blöde Kuh, hast du alles nicht verdient? Also ich, ich, ich kann's dir eigentlich, also ich glaube, es würde eine Mischung sein aus, also ich könnte dir wahrscheinlich auch genau sagen, wer welche, welche Art wäre sogar. Aber, ähm, also die eine Hälfte glaube ich schon, die andere Hälfte würde mich noch mehr hassen als damals. Ähm. Ähm, und manche sind halt tatsächlich auch so, dass die halt wirklich immer noch denken, dass das kein richtiger Job ist. Mhm. Also ich hab tatsächlich vor ein, zwei Jahren mal jemand, ich nur, nee, letztes Jahr war das, ähm, hab ich mal einen aus meiner alten Stufe getroffen und der hat mich dann halt wirklich gefragt, ob ich denn jetzt langsam mal studieren würde oder ob ich immer noch dieses YouTube-Zeug machen würde. Das ist schon krass, ey. Und ich so, ja, also, nee, ich studiere nicht, aber. Schön, dass du es machst. Halt andere Sachen. Ja. Schön, dass du es machst, ja, genau. Also aber auch auf so eine Art und Weise, wo ich so dachte, ja, okay. Der rafft es einfach nicht. Du nimmst es nicht ernst. Ja. Aber ist ja, also ist ja auch nicht schlimm, soll er es halt nicht ernst nehmen, ist mir kackegal, aber das war so, ja, okay, we're still here. Aber so das, also so ein bisschen kriegst du ja wahrscheinlich noch von deinen alten Mitschülern was mit, oder? So ein bisschen so, dass irgendjemand noch in irgendeiner Bubble drin ist und so am Rande hört man noch mal so ein bisschen was. Ja, voll, also viel sogar. Die meisten sind aber auch total nett, also. Also, guck mal, ich bin so raus aus dem Ganzen. Ich wohne fünf Autostunden von dort entfernt. Ja, das ist was anderes. Und ich habe jetzt, ich bin jetzt auch nicht in so einer krassen Bubble von dort drin, so freundestechnisch, die da noch so großartig drin verkehrt. Aber ich habe keine Ahnung, was mich da erwarten würde, Julia. Ich wüsste wirklich nicht, was auf mich zukommt. Ja, guck, wie spannend. Hä, Joey, wie spannend. Oh mein Gott, ich hätte so eine Angst. Aber eigentlich muss ich da hingehen, ne? Irgendwie muss ich das klären, dass ich auf die Hochzeit und danach noch zum Klassentreffen gehen kann. Ja, auf jeden Fall. Ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich mich mit meinen Freundinnen von zu Hause treffe, freue ich mich über den, also nicht den Gossip, na doch schon, auch über den Gossip und alles, was so mit den Leuten aus der Stadt passiert, mit denen ich nichts mehr zu tun habe. Was für Leute mittlerweile zusammen sind, wo man sich so denkt, hä? Ernsthaft? Wie ist das denn passiert? Ich finde das so spannend. Vor allem so eine unnötige Scheiße, worüber man da redet, was, wie konnte das denn passieren? Ja, aber hä, kennst du das nicht? Ja, ja, doch, ich kenne das. Du kennst wahrscheinlich nicht. Klar kenne ich das. So plötzlich ist Lisa aus der 7a mit Julius aus der 12b zusammen. Stimmt, und damals war das noch so unvorstellbar und jetzt ist das auf einmal so gar kein Thema mehr. Ja, ja, das stimmt schon. Ja, klar ist das interessant. Voll krass. Ja, ich muss da wahrscheinlich hingehen. Ich gehe da hin. Ja. Ja. Okay. Lass die Hochzeit sausen, scheiß drauf. Ja, das ist aber halt eine wichtige Hochzeit. Ich kann nicht einfach sausen. Ich muss das irgendwie verbinden miteinander. Ist das denn wenigstens in der Nähe? Das ist in der Nähe, ja. Es ist beides in der Heimat. Also ich wäre eh in der Heimat gewesen und lustigerweise ist es halt beides an einem Tag. Es ist voll random. Ja, frag die doch, ob die die Hochzeit verschieben können. Ja. Ha, ha, ha. Da habe ich auch eingerissen jetzt mal, ne? Ja, allerdings. So, komm, nächste Frage jetzt hier. Wir haben, ey, wir haben, es ist schon richtig lange hier. Okay. Ich bleibe mal direkt in dem Thema, weil mir ist dann aufgefallen, ich wusste nicht, was dein erstes Auto ist und ich wusste auch nicht, was war dein erster Job. Boah. Ist das jetzt peinlich, das zu sagen? Das könnte mich jetzt so, also unsympathisch rüberkommen, aber ich war sofort selbstständig. Ich hatte keinen einzigen Job, Julia. Ich habe nicht gekellnert, ich habe nicht Zeitung ausgetragen, ich war sofort, ich habe Gewerbe angemeldet. Oh mein Gott. Also ich auch, aber das klingt halt genauso unsympathisch, aber hat, hä? Aber mit wie vielen Jahren hast du denn angefangen? Ich habe, ähm, ich habe gleichzeitig studiert und mit YouTube angefangen und, ähm. Und du hattest nicht mit 16 oder so irgendwie ein... Ne, ne, meine Eltern haben mich da dann ganz gut... Hast immer genug Taschengeld bekommen. Ja, an dieser Stelle, danke Mama und Papa. Ne, ich habe nicht mal Taschengeld bekommen. Die haben das einfach, wenn es gerade anstand, was wichtig ist. Ich war immer, ich bin immer sehr bewusst mit Geld umgegangen. Ich habe jetzt nie irgendwas eingefordert, was irgendwie zu krass war oder so. Deswegen war auch nie Taschengeld ein Thema. Ähm, aber wenn irgendwie mal was Wichtiges anstand, dann habe ich das bezahlt bekommen. Und, äh... Ja, okay. Ich habe auch damals meine erste Wohnung, als ich, äh, als ich studiert habe, hat mir auch, haben mir auch meine Eltern gesponsert. Aber sofort, als ich den ersten Cent bezahlt habe, habe ich, ähm, habe ich das alles selber übernommen. Als du den ersten Cent bekommen hast, meinst du? Ja, meine ich, ja, was habe ich gesagt, als ich den ersten Cent bezahlt habe? Bezahlt. Also als ich, verdient, meine ich, verdient. Ja. Ja. Genau. Aber, Julia, ich hätte fast, ich hätte fast eine Arbeitsstelle gehabt. Und ich war kurz davor, die anzunehmen. Ähm, aber irgendwie hat, ich weiß nicht mehr, was dann passiert ist. Ich war 2014, da habe ich auch gerade angefangen zu studieren, ähm, war ich, ähm, war ich bei Hollister so einkaufen, weißt du? Oh mein Gott. Und dann wurde ich in dem Laden in Frankfurt angesprochen, so von wegen, ey, du passt hier total gut rein und hättest du nicht Lust hier, hier zu arbeiten? Oh mein Gott, Joey, das ist so ein Kompliment. Das heißt, du siehst aus wie ein sexy Surferboy. Halt echt, ne? Und ich dachte mir dann auch so, boah, das Angebot kann ich ja gar nicht ablehnen. Oh mein Gott, ich passe in den Hollister. Ey, 2014 war Hollister halt auch noch so cool. Das war der Laden, ne? Ja, das Coolere als Hollister war nur Abercrombie und Fitch, aber das gab's halt da nicht. Ja, Mann. Boah, dabei ist das alles so peinlich. Ey, krass. Ey, sorry, aber ist das nicht auch so ein, so Hollister ist ja so ganz krass verrufen inzwischen, weil doch irgendwie der, dieser Chef von denen mal gesagt hat, er will nur Mode für schlanke Menschen machen und hat aber nicht schlank gesagt, sondern nur für schöne Menschen oder sowas? Es gab so viele Sachen nur in One-Size und die waren alle XS-One-Size. Ja, also ganz, ganz schwierig. Aber das wusste ich damals noch nicht und deswegen habe ich mich damals tatsächlich so von denen um den Finger wickeln lassen und war dann auch, ich war beim Vorstellungsgespräch. Und ich glaube, die haben mir, ja, ich war da dann quasi während, also nachdem ich gefragt wurde. Um nochmal sagen zu lassen, wie gut du aussiehst. Nee, nee, ich bin wirklich, die haben mich da in dem Laden angesprochen und fünf Minuten später saß ich im Hinterzimmer und hab mich, war da beim Vorstellungsgespräch. An dem selben Tag. Krass. Ja. Ja, und dann? Hast du aber gesagt, nee, will doch nicht, danke fürs Kompliment, aber ich arbeite nicht. Ich muss das nochmal in Ruhe rekonstruieren, aber ich glaube, ich habe den Job dann abgelehnt. Aber ich weiß nicht mehr warum. Ja. Ich glaube, das hat dann irgendwie. Ja, weil du den eigentlich gebraucht hast anscheinend. Ja, kann schon sein. Ja, gut. Also, ich hatte keinen richtigen Job, sage ich mal. Ich habe halt bei meiner Oma ganz oft Fenster geputzt und habe dafür dann immer pro Fenster fünf Euro bekommen. Ja, okay, aber das ist jetzt auch nicht so ein richtiger Job. Das habe ich halt mit 13, 14 und so gemacht. Also auch als ich mit YouTube schon angefangen habe. Ja, okay, Julia, warte. Dann hatte ich auch einen ersten Job. Dann habe ich Steine gelesen zum Beispiel auf dem Feld meines Vaters. Er ist ja Landwirt. Oh, das. Und dann ist er mit einem Trecker und einem Hänger da aufs Feld gefahren und ich musste die Steine, die auf dem Feld waren, auf den Hänger werfen. Und so musste ich das ganze Feld ablaufen und das Feld von riesigen Steinen entfernen. Das habe ich auch schon mit zwölf gemacht. Joey, ist dir aufgefallen, dass du ein Opfer von richtig krasser Kinderarbeit geworden bist? Das klingt grauenvoll. Das klingt richtig wie so eine Bestrafung, wenn du so Häftling bist, ne? Ja, oh Gott. Das war auch wirklich, Julia, ich habe nichts mehr gehasst als das. Aber ich glaube, sowas ist auch mal wichtig. Sowas muss man auch mal machen. Ja, das stimmt. Ja, das mit dem Fensterputzen zählt wahrscheinlich auch nicht. Aber andererseits habe ich damit halt Geld verdient, ne? Und dann hatte ich nie einen richtigen Job. Also was heißt nie einen richtigen Job? Du warst nie so richtig fest angestellt irgendwo, ne? Ne, ich hatte, ja, ne. Außer halt jetzt beim ZDF mit der Serie so, da bin ich halt, glaube ich, ist das alles angestellt? Ich weiß gar nicht, ob ich da angestellt bin. Das kann ich ja auch nicht sagen, ich bin nicht beim ZDF. Ja, egal. Scheiß drauf. Ich glaube nicht. Ich habe irgendeine, weiß ich nicht. Scheiß, keine Ahnung, egal. Aber ich habe dann ja mit 14 mit YouTube angefangen und habe dann, ich glaube, mit 15 das erste Mal damit Geld verdient und dementsprechend bin ich halt gar nicht so dazu gekommen, irgendwelche anderen Jobs anzunehmen. Ja. Weil das dann halt so mein Taschengeldverdienst war am Anfang. Also ich muss auch sagen, mein Papa war auch am Anfang echt so ein bisschen sauer auf mich. Der meinte auch so, ich soll mir jetzt gefälligst einen richtigen Job suchen und so weiter und er will hier nicht meine Unterkunft zahlen, wenn ich hier nur studiere und dann hier noch so meine blöden albernen Videos da drehe. Der hat da gar kein Potenzial drin gesehen damals und dann habe ich aber wirklich so, ich habe das so ignoriert und habe gesagt, habe mir so gedacht, Papa, du verstehst das jetzt noch nicht, aber das wird funktionieren, wirklich. Ich habe ja auch wirklich ein Jahr gebraucht, um überhaupt 1000 Abonnenten auf YouTube zu erreichen und hat da wirklich sämtliche Arbeit reingebuttert, ohne dass da überhaupt irgendwas dabei rumkam. Ach so, du meinst in dem Sinne, dass du halt kein Geld damit verdient hast und da deine Arbeit reingesteckt hast und dass er das nicht verstanden hat. Genau, also er wollte, dass ich wirklich einen normalen Job annehme, sowas wie Kellner oder halt irgend so einen Job, den Studierende haben, um sich irgendwie ihren Unterhalt zu leisten. Ja. So, weil er gesagt hat, ich bezahle dir jetzt hier nicht dein Essen und deine Wohnung, wenn du hier in deiner Freizeit nur deine… Dafür, dass du ein paar kleine komische Videos machst. Deine Kindervideos drehst. Ja, gut, aber zu dem Zeitpunkt, wo du damit dann noch kein Geld verdient hast, da kann ich das grundsätzlich in dem Sinne verstehen, dass du halt… Ich kann es auch nachvollziehen, weil ich glaube, das war auch damals sehr schwierig nachzuvollziehen, dass das wirklich mal was werden konnte. Und ich war auch zwischendurch auch mal so von wegen, boah, scheiße, habe ich mir das richtig überlegt hier alles? Wird das noch was? Aber ich glaube, meine Intuition hat mich dann doch… Wie sagt man? Ich würde mal sagen, yes, you did. Wie sagt man? Meine Intuition hat mich nicht getäuscht. So, ich wollte den Satz noch zu Ende bringen. Ja, whatever. Ist das ein… Ja, genau. So, Joey, wir haben jetzt hier schon wieder fast anderthalb Stunden geredet, haben in dieser Zeit zwei Fragen geschafft. Ich würde sagen, die letzten drei, die heben wir uns für nächste Woche auf, oder? Boah, aber es macht gerade so Spaß. Ja, aber Joey, das geht nicht. Oh nein. Ich muss halt ins Bett und meinen Muskelkater ausprobieren. Aber es macht doch so Spaß. Ja, mir doch auch. Das ist vollkommen okay. Ich muss auch dringend schlafen. Ich muss auch Schlaf nachholen. Aber es war eine sehr schöne Folge, Joey. Weißt du, was richtig nervig ist? Am Anfang der Folge ist es immer noch so ein bisschen holprig. Und am Ende sind wir so eingespielt immer, dass man nicht aufhören will. Ist dir das mal aufgefallen? Ich finde es aber… Ich finde die Anfänge, die so holprig sind, immer so lustig. Ich liebe das. Ja, das stimmt auch wieder. Das ist einfach funny. Von daher, alles gut. Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Es war eine sehr schöne Folge für mich. Joey, ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück im Halbfinale am Freitag. Lisa und ich werden sowas von dich anfeuern. Joey, es kann sein, dass ich ins Finale komme. Wie geisteskrank. Ich prophezeie übrigens an dieser Stelle, du wirst ins Finale kommen. Du wirst definitiv am Freitag nicht ausfügen. Ich würde es mir so wünschen. Ich würde mich so… Ey, das wäre so geisteskrank. Ja. Leute, drückt mir bitte, bitte alle die Daumen. Und ruft an und schreibt eine SMS. Ich würde mich so freuen. Noch ein letztes… Nee, ein vorletztes Mal eventuell. Hoff… Ein vorletztes Mal. Das ist schon krass, ne? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Bald hast du wieder Zeit, zu einer normalen Uhrzeit Podcast aufzunehmen. Ja, aber hoffentlich erst in zwei Wochen. Ja. Beziehungsweise hoffentlich erst in einer Woche und nicht nach heute, weil ich möchte so gerne noch eine Woche. Ich würde mich so freuen. Ja, kriegen wir hin. Oh, Leute, okay. So. Hä? Kriegen wir hin. Ey, so easy ist das nicht. Das ist alles so knapp und krass. Oh ja, glaube an dich. Nicht immer nein und aber. Okay. Das wird super. Wir hören jetzt auf. Ich glaube jetzt an mich. Ihr glaubt hoffentlich auch an mich. Drückt mir die Däumchen. Und ja, wir sehen uns heute Abend um 20.15 Uhr und ansonsten nächste Woche. So, mach mal. Habt ihr lieb, Joy. Richtig auch. Tschüss.